So, und damit herzlich willkommen zu Shisha-Cast Episode 25. Heute, der Shisha-Cast. Wir haben gerade eben schon gemerkt, dass wir ganz schön durch sind. Also wie sinnvoll das ist, zwei Folgen hintereinander aufzunehmen. Ich weiß ja nicht, aber moin Meisters, moin Meisterinnen, willkommen zu Shisha-Cast Episode 25. Yes, sir. Wir haben ein Vierteljahrhundert geschafft. Stimmt. Ja gut, also Jahrhundert, würdest du sagen, bei einem Geburtstag. Aber wir haben, ja, ist ja auch unser 25. Shisha-Cast Geburtstag. Genau. Ja, oder so. Alex, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Wir haben ja gerade eben schon Episode 24 aufgenommen. Da nehmen wir gleich beide nacheinander auf. Ja, mir geht's gut. Hab mich aufs zweite Köpfchen gefreut. Und ich würde auch direkt rein starten mit dem Setup, weil ich hab meine Pfeife belassen. Bei mir gibt's noch die Simulation Pro X Mini. Hab ihn ins Down geschnappt. Hab da den Must-Have-Blackberry, den wir in der letzten Folge schon beredet haben, reingepackt. Ich hätte auch direkt wieder Bock gehabt, den zu rauchen, muss ich dir ehrlich sagen. Aber ich muss jetzt den anderen testen. Mit Pinkman noch gemischt. Wunderbar. Aber du hast sogar deine Pfeife gewechselt. Die Leute, die das Video sehen, sehen das auch schon direkt. Du hast ja was sehr, sehr Besonderes, was da geschnappt. Ich hab mir da wirklich was sehr Besonderes geschnappt. Das wurde mir nämlich gestern vom Müll vorbeigebracht. Und zwar eine neue Aeon. Eine Kooperationspfeife, zusammen mit Nuvi-Tech, von der 70 Stück gemacht werden. Und um euch ein Bild zu malen für alle, die jetzt leider nicht die Video-Variante vom Shisha-Cast schauen. Es ist eine Shadow Bowl. Die kennt man schon. Und die restlichen Teile sind matt-schwarz, PVD-beschichtet. Es sind eingravierte Schriften, die dann nochmal rot lackiert wurden in der Base versehen. Einmal mit der Nummer. Ich hab die 23 von 70. Wer nicht weiß, warum die 23, guckt auf jeden Fall den Film Number 23. Dann einmal Aeon und Nuvi-Tech. Und dann noch Edicione Rosso Nero. So ein Ding ist das. Und dann geht's weiter nach oben. An dieser wunderschönen Pfeife mit einer Forged Carbon-Rauchsäule. Aber nicht irgendeiner Rauchsäule, sondern eine Invert-Rauchsäule. Aber auch nicht irgendeiner Invert-Rauchsäule, sondern eine ganz besondere Invert-Rauchsäule. Und zwar hängt über dieser Invert-Rauchsäule ein Forged Carbon-Teller. Ich sag bewusst Teller, kein Kohleteller. Wer da Kohle drauflegt, der kommt instant in die Hölle. Aber oben drüber ist nochmal ein weiterer kleinerer schwarzer Teller, auch PVD-beschichtet. Da könnte man Kohle abklopfen. Also abklopfen geht wohl. Liegen lassen würde ich da persönlich niemals Kohle. Wenn an der Pfeife sich der Teller verfärbt, würde ich nicht mehr glücklich werden im Leben. Aber insane schöne Pfeife. Und zwischen den zwei Tellern gibt es dann auch noch durch das veränderte Invert-System ein Teller-Blow-Off, der einfach geisteskrank aussieht. Und während der Alex euch erzählt, was er in meinen Köpfchen gebaut hat, mache ich mal den Blow-Off. Mach du mal den Blow-Off für die Leute, die zuschauen. Marvin raucht den Shades-X-Touren, die Black Edition. Oben drauf der Onmo-Hmd. Und ich habe ihm gebaut, einmal den Patch von, also einen der neuen Sorten von Must-Have, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Unter anderem habe ich noch ein bisschen Bloody Punch reingemischt, so 10-20% ungefähr. Habe dann gedacht, dazu passt vielleicht noch ganz gut Zitrone, Zitrone-Minze von Fuck Your Life und noch einen Hauch von dem Team Orange. Hast du vielleicht noch acht Sorten mit rein? Nein, das war es. Das war es dann auch schon. Aber 50% Patch und den Rest habe ich so ein bisschen so immer leichte Harmonien habe ich da. Im Shisha-Cast werden nur leichte Harmonien erzeugt zwischen den verschiedenen Tabaksorten, die wir für unseren Kopfbau benutzen. Genau. So, jetzt schlafen alle. Schmeckt geil. Danke fürs Kopfbauen. Das hat sich schon fast eingeböckert. Ich weiß nicht, weil ich mir das letzte Mal selbst einen Kopf gebaut habe für den Shisha-Cast. Aber gut, ich mache dann meistens schon mal Folge hochladen, nächste Show-Notes auf, mich um OBS kümmere und so weiter. Und der Alex baut schnell die Köpfchen. Wir sind da ein eingespieltes Team mittlerweile, kann man sagen. Genau, Shades Tour an Onmo hast du gesagt? Ja, hat er gesagt. Ich war ein bisschen fasziniert vom Blow-Off. Hat man gesehen, ja. Also an alle, die halt jetzt den Podcast hören, ihr werdet die Pfeife eh garantiert noch in dem einen oder anderen Stream sehen und auch garantiert mal in einem Video und so weiter. Also ihr kommt da auf jeden Fall noch in den Genuss von der Optik, wenn es euch doch interessiert. Dann müsst ihr halt noch mal drei Minuten im Shisha-Cast, wenn ihr daheim seid, auf YouTube reingucken. Ja, und dann seht ihr die noch mal. Aber Brett, oder? Aber ich wollte auch gerade echt sagen, also für alle, die sich den gerade anhören auf Spotify, der Podcast zum Beispiel, macht einfach mal kurz YouTube auf. Geht auf die Aufnahme, also auf den Shisha-Cast, auf die Videoaufnahme und da seht ihr es ja. Und es ist wirklich geisteskrank. Es ist einfach ein Brett geworden. Also ich glaube, abgesehen von der SWG XA-Eon natürlich. Natürlich, ja. Ich muss sagen, ich finde die Optik fast schöner. Für mich persönlich, die SWG natürlich viel wichtiger. Ja. Aber optisch, boah, Junge. Ist ja schon ein Brett, dieses Schwarz mit den roten Akzenten, mit dem Carbon Fortsteller. Das ist geisteskrank. Mo hat mir die ja schon ein bisschen früher gezeigt. Dir wahrscheinlich. Du hast die wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher gesehen auf Bildern. Ich war ja vor einem Jahr oder so mit der E.ON bei Novitec, da haben die da schon drüber geredet. Das hat so lange gedauert, bis sie die rausgebracht haben. Aber gut Ding braucht Weile und gut Ding ist geworden. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich wunderschönes Ding. Ja, was auch ein wunderschönes Ding ist, ist hoffentlich, was so in deinem Real Life los war, Alex. Was ging so ab in den letzten anderthalb Stunden, seitdem wir den letzten Cast aufgenommen haben? Nee, wir haben uns ja extra die Themen ein bisschen aufgeteilt. Themen alle ein bisschen aufgeteilt. Wie schon sehr oft, kann man sagen, Gym läuft sehr, sehr gut bei mir. Bei dir würde ich sogar fast sagen, noch besser. Was so Steigerungen und... Das ist halt ein bisschen unfair, weil wie lange trainierst du jetzt schon? Ja, ich trainiere schon ein bisschen länger regelmäßiger als du. Eben, und ich bin ja erst so richtig aktiv eingestiegen Anfang diesen Jahres. Also man kann sagen, bei mir war der erste Startschuss. Das hatte tatsächlich gar nichts mit dem Jahreswechsel oder so zu tun. Aber ab da hatte ich aus anderen Gründen dann ein bisschen mehr Zeit. Und die stecke ich gerade sehr, sehr gerne ins Fitnessstudio und bin da regelmäßig. Also ich bin eigentlich mindestens vier, fünf Mal die Woche da. Ja, same. Also heute habe ich jetzt zum Beispiel ausmachen lassen, du ja auch, wegen Cast-Aufnahmen. Also ich, ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe ja noch mein Ischers ein bisschen verletzt. Stimmt, du hast ja noch. Und deswegen bin ich gerade weder im Kegeltraining, wo ich ja letztens tatsächlich ein paar Mal wieder war, im Verein von meinem Papa, noch bin ich im Beintraining aktuell. Aber es geht langsam wieder. Also ich kann mir wieder Socken anziehen. No joke, das war die ersten Tage wirklich ein Problem. Ich musste mich in ganz wilden Positionen auf mein Bett legen, bis ich irgendwie die Socke über die Zähne bekommen habe. Es ging gar nichts. Ich bin nicht runtergekommen. Ja, was du dir da wieder vorstellst, will ich gar nicht wissen. Ja, genau wie deine Badewanne-Sorricht. Ich wollte mir einfach nur Socken anziehen, Alex. Ja, die Badewanne war ja auch genau wegen dem Ischers Thema, weil ich dachte, schön heißes Wasser überall, vielleicht ist das ganz gut, dass sich da mal alles lockert und so. Ja, aber das geht eigentlich schon größtenteils wieder. Aber abgesehen davon und dass ich jetzt halt zwei Wochen gar nichts für Unterkörper gemacht habe, läuft es überragend. Also ich habe mich heute mal gewogen. Ich war ja über 135 Kilo, teilweise 136. Ich hatte auch einmal 137 auf der Waage. Aber 140 habe ich noch nicht geknackt? Nee, 140 habe ich nicht geknackt. Nochmal dazu, für alle, die es nicht wissen, ich bin noch 2,01 Meter groß. Also es verteilt sich noch einigermaßen, aber am Ende der Pandemie, oder was heißt am Ende der Pandemie, so ganz vorbei ist ja noch nicht, aber am Ende dieser schlimmen Lockdown-Zeit war ich schon echt einfach fett. Also da muss ich für mich selbst einfach so sagen. Ich habe die Bilder von den Malediven gesehen und da gab es so ein, zwei Aufnahmen, wo ich mir dachte, Junge, du bist echt fett geworden, du musst abnehmen. Das fand ich ja, das fand ich letztens richtig krass. Und zwar habe ich mit meiner Freundin chillt und die hat irgendwie in der Fotos-App was gesucht. Auf einmal hat sie so eine Aufnahme rausgegraben vom Brennquelle-Event 2019 oder 2018, eins von beiden. Könnte gut sein, dass das sogar 18 war. Ein Bild von dir, wo du wirklich noch so richtig dünn warst, noch mit Klatze. Das war richtiger Schock für mich, weil wir sehen uns halt so oft, dass das einem nicht da auffällt, aber das ist so krass gewesen. Ich habe letztens auch Bilder auf dem Computer von meinem Papa gefunden, wo ich irgendwie, weiß ich nicht, was war ich da, 22, 23, ich glaube, ich hatte sogar in die Story gepackt und da war ich halt echt ein Lauch. Also es war nicht schrecklich, es war noch okay, aber da hätten auch noch ein paar Kilo Muskelmasse drauf gekonnt. Ja und das war so ein Grund und dass ich halt literally einfach den ganzen Tag am Computer sitze. Und wenn ich dann platt bin, vom ganzen Tag am Computer setzen, dann setze ich mich daheim vor den Fernseher. So und viel mehr ging halt nicht. Also die größte Anstrengung war aufzustehen, ins Auto zu gehen, ins Umera zu fahren oder so und mehr Sport habe ich nicht gemacht. Ja, das muss ich sagen, das kriege ich zum Beispiel auch noch überhaupt nicht hin und zwar so Training kriege ich wirklich fünf, sechs Mal die Woche hin, aber so dieses Daily Steps, also die täglichen Schritte irgendwie, sollte man ja so ungefähr 10.000 schaffen, bin ich sehr, sehr weit entfernt von. Ich auch. Also das geht. Also ich glaube an den meisten Tagen bin ich zwischen 3.000 und 6.000. Und das ist halt schon wenig. Ja und ich weiß zum Beispiel heute, saß ich heute Morgen auf der Couch, hab gefrühstückt, bin ins Studio gefahren, dann saßen wir jetzt zwei Stunden für die erste Aufnahme, also wir saßen eine Stunde für die Themen, zwei Stunden für die erste Aufnahme, sitzen jetzt wahrscheinlich nochmal zwei Stunden an der, dann nochmal eine Stunde alles hochladen, pipapo, alles hier fertig machen und dann fahr ich heim. Ja. So und dann ist heute Abend Filmeabend geplant. So perfekt Digga. Wo willst du da noch irgendwie rumlaufen? Ja. Aber gut, ich war ja die letzten zwei Tage im Fitti und von daher ist es okay, heute dem Körper eine kleine Auszahl zu geben. Aber ich bin auf jeden Fall happy, wie es läuft. Also ich hab letztens nachgeguckt, ich hab noch Trainingslogs, also ich, wie nennt man das, ich notiere mir mein Training. Ja, also trackst dein Training. Ich tracke mein Training. Das ist der richtige Zoomer-Ausdruck. Danke Alex. Bitte schön. Ich tracke mein Training und hab da so eine App, wo ich mir das immer alles eintrage, also was ich mach, wie viel Wiederholung, wie viel Gewicht, welche Übungen und so weiter. Und da hab ich gesehen, dass ich Mitte, Ende Dezember beim Bankdrücken mit 50 Kilo eingestiegen bin. Und ich bin jetzt wieder bei 95. Das ist krass. Das heißt, ich hab mich schon 45 Kilo gesteigert. Ich denke, da spielt mir auch der Muscle-Memory-Effekt gut zu, weil ich halt früher schon sehr aktiv war im Gym. Also da war ich eigentlich sechs Tage die Woche im Gym. Manchmal sind wir sogar sonntags noch ins Gym, nur um nochmal in die Sauna zu gehen oder so. Und dann war ich natürlich jeden Tag die Woche im Gym. Und da hatte ich auch echt eine gute Form. Und ich glaub, das spielt mir so ein bisschen die Karten, dass meine Muskeln eigentlich noch wissen, was sie können. Dass mein Kopf noch weiß, wie die Übungen funktionieren. Und ich hab mich damals auch viel mit Ernährung auseinandergesetzt. Und auch wenn das so die letzte Stellschraube ist, die ich noch ein bisschen optimieren könnte, klappt das insgesamt doch schon recht gut. Also ich bin jetzt, hab mich heute Morgen gewogen und war auf, was hab ich, ich hab's dir vorhin gezeigt, 132, 5, 6, 7, 132 irgendwas auf jeden Fall. Was ja von dem Spitzenwert von 137 schon mal 6, 5 Kilo weg wären. Ja, du hast ja auch schon in der Story gezählt, so ein Gürtel passt gar nicht mehr. Also bringt nichts. Ja, ich brauch wirklich einen neuen Gürtel. Oder ich muss in meinem einzigen Gürtel, der ansatzweise passt, neue Löcher reinstechen lassen. Das ist schon krass. Ja, und eigentlich, also abnehmen war nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel war wieder so, du musst deinen Arsch hochkriegen, du musst irgendwas machen. Ansonsten wird's ja auch nur schlimmer mit dem Alter, ne? Jünger wird man ja nicht. Ja, im Ernst, Stoffwechsel fährt halt runter irgendwann, ne? Und wenn ich das so weitermach, bis ich 50 bin, dann hab ich mit 50 wahrscheinlich 180 Kilo. Ich glaub, ab 30, 32 bei Männern wird's langsam wieder rückläufig. Also Peak Performance vom männlichen Körper ist, glaub ich, bei 22 oder so, 21, 22, 23 bist du auf der Höhe deines Körpers. Sicher? Ja, ziemlich. Also vor allem, was Kraftwertung und sowas angeht. Ich hab nur im Kopf, dass zwischen 30 und 32 alles wieder rückläufig wird. Wo der Peak ist, weiß ich gar nicht. Ich dachte vielleicht, was Metabolismus und sowas angeht. Das kann sein. Aber ich glaub, von seiner Leistungsfähigkeit her bist du in deinen Early Twenties am krassesten unterwegs. Ich mein, da sind ja auch, also die meisten Profisportler sind ja eigentlich genau in diesem Alter. Wie oft hast du jetzt irgendwelche Top-Fußballer, die mit 18, 19 schon erste Bundesliga sind und da alles aufräumen? Ja. Aber ja, ich mach nochmal jetzt so meinen Push-Pull-Beine-Plan, dann einen Tag Pause, dann geht's wieder von vorne los. Fortschritte sind auf jeden Fall da. Das Einzige, was mich echt gewurmt hat, also ich hab ja eben erzählt, wie gut ich beim Bankdrücken hoch bin. Von 50 auf 95 Kilo mittlerweile wieder. Ja, übrigens, ich freu mich über auf die 100, wenn die endlich geknackt sind. Dann hab ich wieder zwei Full-Plates drauf. Aber Overhead-Press lief gar nicht. Ja. Seit Anfang des Jahres bin ich stuck bei 40 Kilo. Ja, Overhead-Press mach ich auch gar nicht. Das mach ich nur, wenn ich mit dir trainiere, weil ich dann zu voll bin, irgendwie meine eigene Übung zu machen. Aber ich mag die Übung auch ehrlich gesagt nicht. Ich hab gestern zum Beispiel wieder im Sitzende mit Kurzhanteln Schulterdrücken gemacht. Das läuft super gut. Aber da bin ich halt auch drin. Die Übung mach ich schon seit drei, vier Jahren. Und da bin ich einfach im Bewegungsablauf drin. Da hab ich gestern sogar die... Da fühlt man sich dann zu Hause, ne? Ja, ist wirklich schon. Kann man schon so sagen. Und da hab ich gestern auch die 40 Kilo auf sechs Wiederholungen geschafft. Also 20 pro Hand? Ne, 40 pro Hand. 40 pro Hand mit Kurzhantel Schulterdrücken. Sitzend. Ja. Boah, Respekt, Alter. Das ist krank. War es zwar ein Krampf, die hochzukriegen. Also ich muss sagen... Ja, das ist... Also das hat mich ja wirklich angekotzt bei Kurzhantelsitzen. Ja, also das nervt mich auch am meisten, die Handeln umzusetzen. Aber als wir oben waren... Brauchst du einen Trainingspartner? Musst dich doch ummelden und in meinen Gym kommen. Es waren zum Glück zwei Personen da, die so nett waren und mich gespottet haben. Brauchst du zwei Personen? Ne, also zwei. Also bei verschiedenen Sätzen. Also einer hat beim einen Satz geholfen, der andere beim anderen Satz. Aber ich hab auch nur einen High-Performance-Satz gemacht. Also einen Satz mit 40 Kilo gemacht. Sechs Wiederholungen. Und dann hab ich gesagt, okay, es ist einfach schlauer für den Körper und für Verletzungsfreiheit. Ist alleine halt fast nicht machbar, das Gewicht umzusetzen. Also in dieser drehenden Hebebewegung ist ja der Tod für die Schulter. Und wenn du da einmal wegknickst, nach hinten, dann ist es halt vorbei. Dann ist es vorbei mit der Schulter. Und Schulter ist eh so ein Ding. Genauso wie Knie. Wenn das einmal am Arsch ist, wird es nie, wie es vorher war. Ja, deswegen. Also da bin ich eigentlich immer relativ vorsichtig. Ich hab deswegen wahrscheinlich auch Schiss, da hochzugehen. Aber ich hab mir so... 40 Kilo sollten eigentlich schon machbar sein. Ja. Deswegen ja so. Aber wir wollen ja nicht zum Fitnesscast werden. Das stimmt. Aber wohl vielleicht, wenn es die Leute interessiert, wenn ihr Bock habt, schreibt uns mal auf Insta. Genau. Dann können wir das auch mal als Special-Thema machen. Dann gehen wir zwei vorher pumpen und berichten dann einmal komplett von unserem Training und so. Ja, und ein bisschen wie es allgemein läuft. Und von unserem Plan, wie unsere Kraftwerte sind und so. Hätte ich Bock drauf. Ja, wenn die Leute Bock drauf haben. Ja, also ich werde auch sofort dabei, weil es ist gerade wirklich ein Riesenthema in meinem Leben. Verbringe ich super viel Zeit mit. Ja, same. Das ist neben Shisha so mein größtes Hobby. Bei mir im Moment auch. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich bin so geisteskrank motiviert. Ich hab Tage, da würde ich am liebsten... Ich geh morgens trainieren. Ich würde am liebsten abends nochmal trainieren gehen. Ich muss sagen, das ist bei mir echt tagesformabhängig. Also es gibt Tage, wo ich richtig Bock hab zu trainieren. Und dann gibt's so Tage so... Boah, weiß ich jetzt nicht. Also so, wenn ich dann da bin, dann ist cool. Und grad danach fühl ich mich einfach viel besser. Ja. Aber davor ist dann so, boah, eigentlich einfach... Ja, aber ich glaub, das kennt jeder. Also den inneren Schweinehund da zu überwinden und erstmal den Arsch hoch zu kriegen. Ich geh ja immer morgens und fahr dann ins Studio. Und da ist halt morgens manchmal so, wenn du noch so verklatscht auf der Couch sitzt, vielleicht hast du gerade nicht so viel geschlafen oder nicht so gut geschlafen. Und dann denkst du dir, boah, jetzt ins Fitti, ich weiß ja nicht. Ja. Aber wenn du's dann machst... Du bist so froh drum, dass du's gemacht hast. Ich fühl mich nach dem Fitnessstudio echt immer unsterblich, ne? Als ob ich wirklich Bäume ausreißen könnte. Ja, man fühlt sich danach verfehlbar. Du hast auch, ich find, du hast auch so allgemein danach Sachen zu machen viel mehr Lust drauf. Und zum Beispiel letztens war's so, da hatte ich davor gar keinen Bock mehr irgendwas zu machen. Weißt du, was faul macht? Nichtstun. Ja. Jeder kennt das. Du hast irgendwie einen Sonntag, wo du auf der Couch hängst und du denkst dir um 19 Uhr, boah, bin ich platt. So, von was, Digga? Wirklich, nichts machen, macht faul. Und noch ein Spruch, der eigentlich super dumm ist, aber irgendwie hilft der, wenn du den Arsch nicht hochkriegst ins Fitnessstudio. Und du weißt, ich muss heute ins Fitnessstudio. Punkt. Da führt kein Weg dran vorbei. Das kalte Wasser wird nicht wärmer, je länger man wartet. Und der klingt eigentlich super. Also das ist wieder so, als ob ich grad hier irgendwie von der Jeremiah Serafina irgendwie die neueste Insta-Quote hier quoted. Die neuesten Wand-Tattoos. Ja, genau. Top 10 Wand-Tattoos für Female-Zoomer. Ja. Aber mir hilft der manchmal, wenn ich mir das dann sag. Ich weiß, ich muss eh noch hin, also komm dann, mach einfach. Ja, ich hab dann meistens so diesen Punkt zwischen, ich lieg grad auf der Couch und ich weiß, ich muss jetzt bald hin, ansonsten lohnt es sich einfach zeittechnisch nicht mehr, danach noch irgendwas zu machen. Und dann zieh ich mir wirklich noch so ein, zwei Motivationsvideos von mir aus noch rein und dann krieg ich den Arsch auch irgendwann hoch. Ja. Aber ich weiß halt, dass ich muss und dieser Zeitraum ist halt so dumm dann einfach, weil du machst ja nichts. Genau. Du brauchst die Zeit einfach. Das ist einfach verschwendete Zeit. Aber ich brauch auch morgens ein bisschen Zeit, um wach zu werden. Ich bin jetzt kein Morgenmuffel oder so, aber ich trinke halt gerne in Ruhe erstmal einen Kaffee und starte dann in den Tag, wenn ich's mir erlauben kann. Ich muss sogar sagen, ich mach, ich lege mir meistens vor Stringen sogar noch ein paar Calls und Meetings. Das hab ich auch oft. Also meistens mach ich dann morgens auch noch ein bisschen Zeug am Laptop. Und dann, dass ich danach, weil sobald ich dann im Kopf aktiv bin, wenn ich dann irgendwie zwei, drei Calls schon hinter mir hab, dann hab ich auch Bock, was zu machen. Dann lauf ich meistens mit den AirPods im Ohr rum im Haus, mach schon alles fürs Training fertig und dann nach dem letzten Call kannst du direkt losgehen. Ja. Ja, mach ich auch sehr oft so. Also wenn ihr da Bock drauf habt, auf einen Fitnesscast mit Alex und mir eine Special-Folge, natürlich trotzdem mit Shisha-News, aber wenn's um die Real-Life-Themen oder die Special-Themen geht, könnten wir sehr gerne mal eine Fitness-Folge machen. Also ich würde auf jeden Fall für zu haben, schreibt es uns sehr gerne auf Insta. Und wie auch schon so oft vorher gesagt, wenn ihr generelles Feedback habt, so, hey, ich würd mir wünschen vielleicht so und so, oder könnte man noch das und das, oder wie wär's hiermit, oder generell, ey, ist geil, schreibt uns das gerne einfach mal auf Insta, dass wir da Bescheid wissen. Sowohl positive als auch negative Kritik, aber dann auch wirklich konstruktiv. Genau, also nicht nur, ey, ist scheiße, sondern, ja, was würde es denn nicht scheiße machen, deiner Meinung nach. Genau. Ja. Aber um den Schwenk wieder auf unser Lieblingsthema Nebensport zu bringen, Shisha. Shisha. Wir waren zusammen unterwegs. Ja. Und zwar waren wir vorgestern. Vorgestern. Zusammen im Omera. Ja. Und der Alex hat ein wunderschönes Geschenk bekommen vom Mo, der nämlich auch noch da war. Vivi war noch da, Anna war dabei und ein Freund von Vivi noch und dann waren noch Mike und seine Freunde mit dabei. Genau. Und es war geisteskrankvoll für den Mittwoch. Aber erzähl doch erstmal von deinem wunderschönen, aufmerksamen, tiefgründigen Geschenk. Also, da muss ich vielleicht ein bisschen länger ausführen. Und zwar saßen meine Freunde und ich irgendwann im Omera und wir spielen sehr, sehr oft Karten zusammen. So, und da haben wir immer so zwei, drei Spiele dabei, die haben ein Spiel und irgendwann kamen immer zu uns und meint so, kann ich dir mal ein Spiel zeigen? Wir so, ja, warum nicht? Und da hat er uns Monkey beigebracht. Ist ein Kartenspiel. Ich würde sagen, ist jetzt zu kompliziert, das im Cast zu erklären. Ist tatsächlich nicht so easy. Im Grunde tauscht man Karten hin und her und versucht möglichst schnell seine Karten loszuwerden. Und ein niedriges Platz zu haben, genau. Also, das ist so Ziel. Entweder alle loswerden oder so wenig wie möglich auf der Hand haben. Genau. Und das hat er uns beigebracht, das sind wir super süchtig nachgeworden, zocken das mittlerweile jedes Mal, wenn wir da sind. Und das habe ich irgendwann auch dem Mo beigebracht. Und deswegen, seitdem, wenn Mo und ich ins Omera gehen, zocken wir auch mindestens eine Runde Monkey zusammen. Mittlerweile hat es der Mo auch zum Beispiel mir und Anna beigebracht. Ja. Also, es verbreitet sich. Anna und mir. Der Esel nennt sich immer zuerst. Perfekt. Es verbreitet sich. Ja. Und, ähm, Mo... Bald einfach Monkey Special Stream. Monkey Special Stream. Aber das ist das schlechteste Spiel im Stream, weil du dich so konzentrieren musst. Und auf jeden Fall ist Moritz der Ansicht, dass er besser wäre als ich. Also... Kleine Side-Note. Er hat literally in der Runde, wo er Anna und mir das beigebracht hat, gegen Anna verloren. Just saying. Gegen Vivi auch, oder? Gegen Vivi auch, ja. Also, und gegen jemanden, den er das komplett neu auch beigebracht hat, hat er auch verloren. Also, er ist trotzdem... Läuft bei dir, Mo. Läuft bei dir. Motivation. Aber er ist halt trotzdem der Ansicht, dass er besser ist als ich. Hm. Stimmt wirklich. Und, ähm, so sind wir vorgestern ins Umera gezogen. Und, ähm, da saßen zuerst, äh, Mo, Vivi und ich da und haben schon mal unsere Pfeifen bekommen. So, und dann kommt Image mit einer Iren, der ist schon vier an und ist schon durchgehend am Lachen. Und ich hab, ich saß da und hab's einfach nicht gecheckt. Ich guck ihn so an. Schmeckt der Kopf wirklich so scheiße? Oder was, was hast denn du gemacht? Und der lacht und lacht und Mo fängt auch schon an zu grinsen. Und ich, ich hab's einfach nicht verstanden. Und dann irgendwann so, ja, guck mal auf den Teller. Und dann steh ich so auf, guck drauf und dann ist da einfach ein Iren-Teller. Aber mit einer Gravur. Mit einem riesen Schriftzug, fast einmal komplett drumrum. Also nicht irgendwie so klein in der Mitte oder so. Klein, sondern komplett, Teller ist eigentlich voll. Ja, einmal rundherum voll, irgendwie so Schriftgröße einmal auf maximal und gib ihm. Und da, ähm, steht drauf, zweitbester Monkeyspieler der Welt. Und das, ja, und da hab ich auch gesagt, du kriegst da einmal was von ihm geschenkt. Und dann ist es so ein wunderschöner Teller. Ehre. Also, es hatten an dem Abend literally alle Spaß, außer Alex. Naja, Alex hat's auch mit Humor genommen. Ja, vor allem, ich mein, ich seh das ja realistisch. Direkt zurück, Front. Ich bin ja auch der zweitbeste Monkeyspieler der Welt nach meiner Freundin. Weil alle, die aus meiner Community wissen, ich verliere literally jedes Mal, wenn ich gegen... Es ist auch mittlerweile ein ungeschriebenes Gesetz deiner Insta-Stories, dass man niemals bei jedem Spiel, wo man auf jemanden setzen kann, auf dich setzt. Ja, das stimmt. Immer Mrs. Directly. Ja, aber in 90% der Fällen ist es auch wahr. Deswegen bin ich damit völlig fein, aber Moe ist halt der schlechteste Spieler. Und da überlege ich eigentlich auch, ob ich ihm noch ein Geschenk mache. Für den schlechtesten Monkeyspieler der Welt. Entweder schlechtester oder drittbester, eins von beiden. Okay. Aber drittbester... Drittbester wäre schon gut. Ja, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Da kommen ja noch Ümmet, Anna, Vivi. Da kommen ja noch so viele zwischendrin. Ich? Ah, weiß ich nicht. Raus mit den Viechern. Ja. Ich war auch besser als Moe. Also ich habe bis jetzt eine Runde Monkey gespielt und da war ich besser als Moe. Das ist ja auch nicht so schwierig. Just saying. Ich komme noch dazwischen. Okay. Also Moe, liebe Grüße. Du merkst, du bist nicht der beste Monkey-Spieler der Welt. Stimmt wirklich. War auf jeden Fall funny. Aber war ein schöner Abend. Ja, bis auf eine Sache. Anna und ich, also wir haben vorher noch Burritos gemacht und dachten dann, okay, dann kommen wir auch noch hin zu Mera. Anna hat den Burrito gut eingeholt, ja. Also falls ihr die Insta-Story nicht gesehen habt. Wir haben Burritos gemacht und Anna war so, wie falte ich den denn? Mind you, wir haben, weiß ich nicht, vorher schon mal Burritos gemacht oder so. Und da habe ich ihr gezeigt, wie das geht und sie hat es auch eigentlich gut hinbekommen. Aber sie hat es halt anscheinend wieder vergessen, bis wir das nächste Mal Burritos gemacht haben. Und dann hat sie wirklich, als ob sie einfach so eine Tischdecke zusammenfaltet oder so und diesen Burrito zusammenklappt nicht so. Gott, das muss in die Story, das ist zu funny. Und dann ist sie weggerannt mit ihrem Teller. Beim Falten vom zweiten Burrito ist sie einfach weggerannt mit ihrem Teller. Und ich war so, bleib doch mal hier, ich will, dass sie die Story packen. Und sie meckert mich so an. Am Ende hat sie, glaube ich, sogar einfach in der Story gesagt, boah, fick dich. Auf jeden Fall sind wir dann nach dem Burrito-Essen und dem Burrito-Faltgate noch ins Umera gefahren. Wir dachten uns, naja, Mittwochabend ist jetzt Viertel nach neun, das kann nicht so schlimm sein. Digga, es war geisteskrank. Zur Vorgeschichte auch. Ich habe eigentlich schon zwei Stunden vorher im Image angerufen. Du hast überhaupt nicht reserviert, Digga. Also der Alex ruft an und reserviert für drei bis fünf und ruft dann nochmal an und sagt drei bis acht. Digga, was ist das für eine Reservierung? Ja, also ich komme zwischen zwölf und 24 Uhr und zwischen ein und fünfzig Personen. Nein, das war anders. Ich habe zuerst angerufen, dann bevor du geantwortet hast und bevor die anderen Jungs noch geschrieben haben, habe ich gemeint, wir sind mindestens drei, könnten bis zu acht werden. Als du dann geschrieben hast, habe ich gemeint, okay, wir sind auf jeden Fall fünf reserviert und da hat er gemeint, ja, okay, ich reserviere euch die komplette linke Ecke. Ja gut, dann saßen wir zu dritt in der Ecke und dann kam da aber noch eine andere Gruppe und dachte, da ist halt frei und dann waren da auf einmal zehn. Warum habt ihr nichts gesagt? Weiß ich nicht. Ja, dann bist du aber auch selbst schuld, oder? Ja, zuerst waren das vier Leute und dann kamen halt immer mehr Leute dazu. Ja, aber du hast doch die ganze Ecke. Eigentlich schon. Aber du hast nichts gesagt. Nee, habe ich schon nicht mehr gesagt. Erkennst du ein Problem? Nein. Okay, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja, auf jeden Fall, also er hätte auch keiner mitrechnen können, dass der Schuppen am Mittwoch so insane voll ist. Mittwochabend, 21 Uhr, komplett voll. Also das war wirklich wie Samstag. Ja. Wir haben wirklich zwischendrin, haben wir wirklich überlegt, sag mal, ist morgen Feiertag oder was ist hier los? Also es war wirklich geistesklangvoll. Aber wir haben dann ein schönes Plätzchen gefunden und wir konnten dann auch alle zusammensitzen, die Köpfe waren gut, Spaß hatten wir aufgrund des Kohle Tellers. Das hat überhaupt nicht geschmeckt. Wir kriegen die Kosten auch viel zu viel und geht auf jeden Fall nicht in Sumerra. Nein. Und das sagen wir auch nicht nur, weil wir da gerne Platz haben möchten. Nein, auf keinen Fall. Nein, das würden wir nie tun. Ja. Nee, aber abgesehen davon war es ein echt schöner und sehr witziger Abend. Und anderes Thema, also wirklich komplett anderes Thema. Alter, wir haben heute Fitness, jetzt hatten wir Shisha-Bar und jetzt kommen wir zu Counter-Strike. Stimmt, wir hatten ja noch da die Intel Extreme Masters, die du durchgehend laufen hattest. Ey, ich hab so, also für alle, die es nicht wissen, also CS ist übrigens Counter-Strike, genau. Ein Spiel, das bestimmt viele von euch kennen und bestimmt früher noch 1.5, 1.6 gezockt haben. CS Source und vielleicht jetzt auch noch bei CS Go mit dabei sind. Wir haben das ja früher auch häufiger im Stream gezockt. Dann hat es beim PC nicht mehr gepackt. Und dann hatten wir es fast eine Zeit lang schon vergessen, sag ich mal. Und dann hab ich letztens mitbekommen, dass ein großes CS-Turnier ansteht. Und zwar die Intel Extreme Masters in Katowice. Und ich weiß nicht wie, aber ich bin da komplett reingerutscht. Ich hab irgendwann am Wochenende einfach morgens den Stream angemacht. Und der lief den ganzen Tag. Ich hab den Stream nicht ausgemacht bis abends. Und klar, ich hab nebenbei mal gekocht und ein bisschen aufgeräumt. Und hab mal ein bisschen was am Laptop gearbeitet und so. Aber den ganzen Tag lief dieser Stream durch. Und ich bin so mies in eine Counter-Strike-Phase abgerutscht. Das war geisteskrank. Und ich hab jetzt tatsächlich auch meinen PC neu aufgesetzt. Was übrigens auch eine ekelhafte Arbeit war. Ja, also gerade wenn du halt das wirklich als Arbeitsrechner benutzt und du nicht nur drei Spiele neu installieren musst, sondern erstmal gucken musst, hab ich all meine Daten weg? Wo sind denn überhaupt die ganzen Laufwerke? Was darf denn auf keinen Fall fehlen? Dann setzt du alles neu auf. Dann musst du OBS komplett neu einrichten. Dann musst du dein Stream-Deck neu einrichten. Dann musst du die ganzen Kameras wieder bla bla bla. Fünf Millionen Treiber hat ewig gedauert. War absoluter Abfuck. Aber ich kann wieder CS zocken. Und ich glaub, das werden wir jetzt auch im Stream, also nach dem normalen Stream, häufiger nochmal auf Twitch machen. Weil ich war wirklich komplett im Hype von den Intellect Stream Masters. Und ich hab sogar sonntags den Stream ein bisschen nach hinten verschoben, damit ich die Finals gucken kann. Stimmt, das hab ich auch gesehen, ja. Ich war so im Modus. Ich bin auch immer noch im Modus. Ich hab zum Glück nicht so viel Zeit zu zocken, weil ansonsten würde ich gerade non-stop Counter-Strike zocken. Aber neben Arbeit und Sport ist halt nicht mehr so viel Zeit. Zumindest wenn man nicht noch ein paar Freunde vernachlässigen will oder so. Dann bleibt da zum Glück nicht so viel Zeit zum Zocken, was gut ist. Ja. Aber im Stream immer wieder gerne. Aber du warst auch letztens noch bei Social Plate unterwegs, um den Bogen zu spannen. Hast du da was gesehen? Ich weiß jetzt nicht, wo da ein Bogen ist, den du spannen willst, aber... Ja komm, mach alleine weiter. Ich bin raus. Ich hol mir jetzt Kohle. Hol dir mal Kohle. Der Alex und seine Überleitung. Legandär. Das ist einfach mein Job. Ja, ist okay. Ist okay. Merkst du selber, ne? Genau, ich war wirklich auf Social Plate unterwegs mit dieser atemberaubenden Überleitung. Und hab da was gesehen, was mich echt krass gefreut hat. Also wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit erst den Meilenstein von den 100.000 Abonnenten auf YouTube gefeiert. Und mit diesem Meilenstein einher oder noch ein bisschen was hinterher kam ein weiterer Meilenstein. Und zwar, dass Shisha-WG jetzt offiziell einer der tausend größten YouTube-Channel Deutschlands ist. Nächstes Ziel ist dann die Top 100. Aber ich glaube, das wird verdammt schwierig. Vor allem mit Shisha-Content. Aber auch mit einem Shisha-Account. Also ich meine, klar, es rauchen viele Leute Pfeife. Aber von den vielen Leuten, die Pfeife rauchen, da noch die rauszusuchen, die YouTube so sehr mögen, dass sie sich da wirklich gezielt Shisha-Content reinziehen. Und dass es damit möglich ist, in die Top 1000 YouTube-Channel zu kommen in Deutschland, finde ich schon wirklich krass. Geisteskrank. Ja. Also bin ich geisteskrank stolz drauf. Und an der Stelle wollte ich es auch einfach nochmal sagen, Kuss für den Support. Also an jeden, der da Teil von den über 100.000 Menschen mittlerweile ist. Es ist krank. Und ich hätte nicht gedacht, dass das mal so kommt. Und dann diese Zahl zu sehen, dass du irgendwie Channel 960 auf der Rangliste in Deutschland bist, ist krank. Ist wirklich krank. Ja. Und das war sehr, sehr wild. Weißt du, was auch wild ist? Das Wetter. Weil nachdem es beim letzten Mal ja so übel scheiße war, haben wir die letzten Tage wirklich wunderschönes Wetter gehabt, oder? Es war zwar nicht übertrieben warm, es war so zwischen 3 und 8 Grad an den verschiedenen Tagen. Aber Junge, man hat mal wieder diesen komischen, grell leuchtenden Stern am Himmel gesehen, der so viel Wärme aussendet. Wie heißt der nochmal? Sonne? Sonne? Sonne, ja. Sonne, ja. So nennen die das, glaube ich, alle. Krank, dass man den mal wieder gesehen hat, ey. Und das, ey, ich weiß, ich bin ins Windestuhl gefahren, bin danach rausgekommen und die Sonne hat so richtig geballert. Ich hab mich wirklich einfach 10 Minuten ans Auto gelehnt, in die Sonne geguckt, also die Augen zu, die Sonne mir ins Gesicht scheinen lassen. Bisschen Vitamin D tanken. Ja, und hab einfach eine Runde gewapet und einfach mal kurz nichts gemacht. Ich war auch, als ich letztens nach Hause kam und da hat die Sonne auch richtig geballert und stand ich auf unserer Terrasse und wollte dann Kohle legen eigentlich und bin dann auch erst mal auf der Terrasse stehen geblieben, einfach mal kurz. Das zieht einen irgendwie magisch an, ne? Ja, grad so die ersten Sonnenstrahlen, wo es mal wirklich ein bisschen wärmer wird, also mal über 5 Grad. Ja. Und es war super angenehm. Ja. Also es war echt geil. Ja. Die Gelegenheit hab ich dann auch direkt genutzt und hab mal wieder mein Auto gewaschen, nach weiß ich nicht wie vielen Monaten. Der arme alte Benz, also die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich fahren, boah, mittlerweile, wie alt ist der? Der ist von 2000-Baujahr, glaube ich. Also ist der jetzt 22 Jahre alt. Oder 19 vielleicht noch. Der ist 21 oder 22. Also auf jeden Fall fahr ich einen W-210, E-200, einen schönen alten Benz und der hat das echt mal wieder nötig. Und dann bin ich schön in die Waschstraße gefahren und hab dem einmal komplett Paket gegönnt. Hier mit Unterboden, Wachsversiegelung, Pipapo, alles was du hast. Müsste ich auch mal wieder. So welches Programm willst du? Ja. Oder alle auch. Alle. Ja. Ja, das war auch sehr wichtig. Und jetzt Glänzter, abgesehen von den ganzen Kratzern und vom Rost und abgesehen davon Glänzter, ja, ja, ja. Der Rest vom Lack, der noch drauf ist, der glänzt, der glänzt, ja. Und ist versiegelt und alles. Und gestern im Stream hat mich irgendjemand gefragt, da kostet die Pfeife ja fast mehr als dein Auto. Also wurde zu der Novitec gesagt, der ist ja noch kein Preis bekannt. Beziehungsweise doch, ist jetzt bekannt. Also wenn ihr den Kratz hört, dann dürfen wir es ja verraten. 488 Euro hat die Pfeife gekostet. Aber das dürften wir leider noch nicht vorher preisgeben. Da muss man sich dann halt an die ein oder andere Verschwiegenheitserklärung, die man da mit Firmen hat, halten. Das ist dann halt so, ne. Und da ist uns aufgefallen, ich hab wirklich vier Pfeifen, die mehr kosten als mein Auto. Das ist so geisteskrank. Das ist einfach Priorities, Digga. So hart. Das ist so... Also die Pfeifen sind zwar teuer, aber was ich eigentlich damit sagen will, mein Auto ist billig. Ja. Also ein Auto zu haben, das mehr kostet als die Pfeifen, ist nicht schwer. Ja. Aber trotzdem ist der Fakt witzig. Das ist halt wirklich so Hashtag Priorities. Selbst dann, wenn du überlegst, wie viele Pfeifen du verkaufen müsstest, Anführungszeichen, um dir ein halbwegs gescheites Auto zu holen, das ist halt... Dieser Gedankengang ist schon so surreal einfach. Ja, ist wirklich surreal. Ja. Safe. So, nachdem wir das letzte Mal fast gar nicht über Shisha-bezogene Themen geredet haben, Alex, haben wir uns gedacht, packen wir heute vielleicht mal ein bisschen mehr in die News und gucken mal, dass wir da ein bisschen mehr drüber reden. Beim letzten Mal hatten wir aber auch, wir hatten aber auch viel, also es war zwar Real Life, zum Beispiel so die Shisha Winterland und sowas, das war ja schon Shisha-bezogen, aber auch irgendwie Real Life bezogen. Und dann haben wir da halt sehr, sehr lange drüber geredet und am Ende ist uns aufgefallen, ich glaube, wir haben gerade 100 Minuten Podcast aufgenommen und davon 20 Minuten Shisha-News Shisha-News, ja. Deswegen machen wir es heute mal ein bisschen ausführlicher und ein bisschen länger und dann haben wir wieder ein paar mehr News drin. Wir haben nämlich auch ein paar Sachen, die wir das letzte Mal nicht geschafft haben. Zum Beispiel hat der Alex ein weiteres schönes Paket bekommen. Genau, und zwar aus dem Hause Wandenberg. Kennen ihr einige? Michael macht den ganzen Tabak hier von über Kismet, X-Racher. Was macht er noch? Freestyle? Noch eine Marke Odinson? Odinson, Freestyle, Kismet. Noch eine, oder? Glaube ich. Nubia? Barbos. Barbos, ja. Ist theoretisch auch sein Berg. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und unter anderem hat der Michael den Wandenberg V1 den Kopf rausgebracht. Und ich persönlich bin da extremer Fan von. Also ich habe den am Anfang wirklich häufig geraucht, dann ist der so ein bisschen nach hinten gerückt, habe viele andere Kopfe zwischendurch getestet, benutzt. Und jetzt in letzter Zeit ist das so einer meiner Favoriten geworden. Und da hat mir das Team netterweise noch zwei Stück geschickt, weil ich bis dato nur einen hatte. Und ja, habe jetzt noch einmal den matt-schwarzen, den schwarzen Colorway, den ich wunderschön finde. Auf dem bin ich auch ein bisschen, da envy ich dich. Es regt mich immer noch auf, dass wir im Deutschen kein Wort dafür haben. Also nicht neidisch, aber... Also neid im Sinne von, ich gönn's dir, aber ich hätt's auch gerne. Das ist eigentlich envy. Ein Anstreben. Ich strebe das an, das auch zu haben, was du hast, aber ohne das negativ zu meinen. Und dann habe ich neben dem schwarzen noch einen weiteren Meternachts-Plauen bekommen. Finde ich auch einen übertrieben schönen Colorway. Und der Plaue, der war nochmal, fand ich, um einiges schöner als den, den ich momentan noch habe, weil der nochmal ein viel dunkleres Plau hatte. Also es sah nochmal krasser aus einfach. So, dann war ich super happy damit. Habe mir auch direkt den einen oder anderen Kopf davon gebaut. Und ich war dann irgendwann mal im Call drin. Nebenbei habe ich Köpfe gebaut und war dann ein bisschen unachtsam. Und auf einmal fällt mir der Wandenberg runter, den neuen, den ich bekommen habe, den Plauen. Und dann denke ich so, bitte lass einfach nichts passiert sein. Und natürlich an der dünnsten Stelle richtig schöner Cut drin. Oh no. Also habe ich jetzt wieder nur zwei. Oh no. Du dumm Kopf. Ja. Aber ich habe mir nebenbei, also ich habe mir auch noch Tabak geordert dazu und zwar den Black Kiwi von Kismet. Und ich muss sagen, der Black Kiwi von Kismet ist echt ein Brett. Also ich habe den davor überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ist der so wie der Viridi, nur ohne die Rosennote? Geht natürlich in die Richtung, weil ich denke mal Aromen sind da sehr, sehr ähnlich, aber nicht ganz. Also ich würde schon sagen, dass der nochmal so eine eigene Note bringt, ein bisschen süßer ist. Auch im Kismet im Universum ein bisschen süßer ist, weil die haben ja, finde ich, oft eine sehr, sehr erdige Note. Ja, definitiv. Und ich finde beim Black Kiwi ist das nicht so krass. Okay. Und ich habe den bei Flo einmal probiert und war da schon so, oh, okay, der kann was. Und da habe ich gedacht, bestelle ich mir den. Und den benutze ich in letzter Zeit auch richtig häufig. Also allgemein gibt es ja sehr, sehr viele gute Kiwis mittlerweile auf dem Markt. Muss man auf jeden Fall dazu sagen. Aber der ist... Was sind jetzt deine Top 3 Kiwi-Flavor? Boah, also auf dem deutschen Markt oder all over? In Deutschland erwerbbar. In Deutschland. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, der Quickie von Shades. Doch, eigentlich, wenn ich Virginia rauche, eigentlich der Quickie von Shades und der Play Kiwi von Kismet, wenn es Darkland sein soll. Kweesmooth würde ich nicht dazu zählen eigentlich. Ist schwierig, ja. Ich hätte jetzt Kweesmooth auf meine 2 gesetzt. Ja, also Kweesmooth wäre eigentlich auch mit drin und wenn dann die 1, weil es halt mein Lieblingstabak ist. Aber ich sehe Kweesmooth nicht als Kiwi-Tabak. Ja, ja, ist schwierig. Also bei mir, ich hätte gesagt, der Quickie von Shades, dann der Kiwi-Smoothie und dann der Viridi von Aeon. Aber bei den letzten 2 ist halt so, ja, zählst du die wirklich als Kiwi-Tabak? Weil der eine ist Kiwi-Grüne-Apfel und der andere ist Kiwi-Und-Rose. Also, ich würde sogar den Viridi eher noch mit reinzählen, weil ich finde, da schmeckst du die Kiwi raus mit einer Rosennote. Und ich finde, Kweesmooth ist ein komplett eigener Flavor. Also ich finde, das kannst du nicht unter Kiwi abstempeln. Hast du schon recht, verstehe ich auch absolut, was du meinst. Ja, deswegen also wäre es dann wahrscheinlich Virginia, der Quickie. Dann als Dark Plant, wenn ich Kiwi rauchen will, der Black Kiwi. Und wenn ich mal was Außergewöhnliches haben will, der Viridi. Ja. Gehe ich mit, kann ich mit leben. Aber den Black Kiwi muss ich noch probieren. Ja, auf jeden Fall. Also lege ich dir auch echt ans Herz. Super guter Flavor. Speaking of gute Flavor, ich habe ja noch den Must-Have drin, den du mir gerade gebaut hast. Die letzte Sorte. Wir hatten ja im letzten Cast schon den Barry und den Team Orange. Ja, Team Orange. Team Orang. Theoretisch, ne? Barry für mich ein absolutes Brett. Den hast du dir jetzt auch gebaut. Du nickst schon so zustimmend. Ich finde den so gut. Also ich weiß, dass ich den heute mit heimnehmen werde und ich da definitiv auch noch das ein oder andere Köpfchen mit rauchen werde. Also der ist wirklich geisteskrank nice. Also Barry ist für mich schon, also ich muss ihn halt noch häufiger rauchen. Es ist schwierig nach einem Kopf da eine ultimative Aussage zu treffen. Ich kann dir trotzdem sagen, der ist wirklich so gut. Also bei mir war er extrem schnell weg. 9,5 von 10 würde ich dem geben. Also da fehlt nicht mehr viel und dann ist der nahezu perfekt für das, was er ist. Ja, also super guter Flavor. Ja, ultra gut. Der Team Orange hat uns auch positiv überrascht. Kann man sagen? Ich muss echt sagen, wegen dem würde ich des Öfteren mal wieder anfangen, Orange zu rauchen. Ja, sehe ich mich auch. Also gerade wenn ich irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Fog Your Life Zitrone Minze oder sowas. Oder vielleicht auch mit dem Cola, der bald kommt von Fog Your Life. Da sehe ich mich auch. Fog Your Life können wir vielleicht auch gerade einfach nochmal mit reinpacken. Hatten wir gar nicht, haben wir es auf der Liste? Ja, haben wir auf der Liste. Haben wir auf der Liste. Können wir aber tatsächlich kurz vorziehen, weil wir eh gerade dabei waren. Aber lass mich noch kurz was zum Patch sagen. Also Patch ist die dritte neue Must-Have-Sorte. Es gibt den Barry, den Team Orange und den Patch. Der Patch ist ein Pfirsichtabak. Pfirsichtabak bei mir eher ein schwieriges Ding. Gibt es wenige, die mir gefallen. Ich habe ihn ja jetzt auch nur gemischt und nicht pur, wenn auch der Großteil des Kopfes der Patch ist. Und man schmeckt den auch sehr gut raus. Ich finde den auch überraschend gut. Also als ich dran gerochen habe, dachte ich mir noch so, hm, schwierig. So diese typische Pfirsichnote halt, die man von... Pfirsich-Shisha-Tabaknote, die man halt kennt. Aber zusammen mit dem Grundaroma von Must-Have kommt es tatsächlich doch ganz geil. Und mir gefällt der auf jeden Fall. Also ich muss sagen, gerade in der Mischung jetzt sehr geil. Ob ich den auf Pur ballern würde, ich glaube nicht. Irgendwann bin ich eh raus, was Pur-Rauchen angeht. Aber gerade in der Mischung jetzt, das ist auch ein nicest Ding. Werde ich mir auch nochmal im Kopf verbauen, weil ich bin halt überhaupt kein Pfirsich-Fan. Also Pfirsich bin ich eigentlich komplett raus. Früher überraucht, weil ich habe früher mit meinem Kollegen zwei Flavor immer nur geraucht. Und zwar Watermelon-Mint und Peach-Mint von Adalia, als die noch gab. Was anderes hatten wir nicht. Das waren diese Zeiten, wo man sich eine Dose gekauft hat und dann hat man die geraucht. Genau. Ja, ist einfach so. Dann hat er seine Dose mitgebracht und er hat den Pfirsich und du hast deine Dose mitgebracht. Natürlich. War bei mir auch so. Und seitdem kann ich auch kein Pfirsich mehr rauchen. Bin ich ehrlich. Seitdem kann ich kein Watermelon mehr rauchen. Weil wir haben damals in Koblenz am Anfang vom Studium, da kam gerade Impero-Tabak, falls den noch jemand kennt. Waren so Rote Eimer, war auch so ein klassischer arabischer Tabak, so hässlichste Verpackung, die du jemals gesehen hast. Aber den Wassermelone haben wir absolut geliebt und den haben wir einen Sommer wirklich, da haben wir Dose nach Dose nach Dose nach Dose verraucht. Das war wirklich nicht mehr, was bauen wir denn jetzt? Das war, rauchen wir. Und wenn wir rauchen, dann rauchen wir den Wassermelone. Punkt. Und seitdem kann ich aber auch keine Wassermelone mehr rauchen. Aber abschließend zu dem Must-Have. Ich würde sagen, Barry, scheiß drauf, 10 von 10, Digga. Der Barry ist richtig geil. Also wirklich ein absolutes Brett. Team Orange und Pfirsich würde ich beiden eine 6,5 oder 7 geben, weil geil in Mischung pur könnten die schwierig sein. Würde ich auch so mitgehen. Aber ich hätte bei beiden was deutlich Schlechteres erwartet, muss ich sagen. Ja, also gerade beim Orange war ich sehr, sehr skeptisch. Aber war ich, also gerade auch vorm Cast, weil du hattest natürlich Shotgun, äh, Plarry. Ja. Es ist halt diese so schwarze Waldfrüchte und so. Das ist auch einfach komplett mein Ding, ne? Da geh ich drin auf. Das ist wunderbar. Und da war ich schon ein bisschen so, ah, brauche ich mir den Orange. Ich wollte den auch rauchen, Bruder. Ja, aber es macht ja nur Sinn, weil ich hatte den ja eh schon vorher. Ich konnte ja schon vorher ein bisschen was drüber erzählen. Aber ich war echt super überrascht. Also gerade so mit Quizmove, was ich in der Mischung hatte und dann noch so ein bisschen Frische vom Traumminze von Fuck Your Life. Wunderbare Mischung. Und speaking of positiv überrascht, das war ich auch vom Fuck Your Life. Yes. Da kennen wir ja schon ein paar Sorten. Also, es gibt ja schon einige. Es gibt, äh, Bubblegumminze, Pfirsichminze, Ananas und, was mit was war Ananas gemischt? Ananas Mango? Mango, glaube ich. Mango oder Maracuja anzuwarten. Ananas Maracuja, glaube ich sogar. Und die waren alle okay. Und dann gab es den Zitroneminze in dieser Batch. Und das ist einfach mein absoluter Favorit geworden. Vielleicht sogar in meiner Top 10 drinne. Also auf jeden Fall in meiner Top 20 drinne. Die gibt es zwar nur in meinem Kopf und nicht als Video. Aber der Zitroneminze von Fuck Your Life ist übertrieben gut geworden. Bei mir so oft in Mischungen mit drinne. Und jetzt kommen endlich neue Sorten. Und ich hab, ich bin ja eigentlich im dauerhaften Kontakt mit dem Johannes. Wir schreiben immer mal wieder und so. Ähm, hab den ja auch schon ein paar Mal in Spanien und sowas besucht. Äh, und dann hatte ich mal wieder mit ihm geschrieben. Dann meinte er so, ja, ich teste hier gerade den Cola. Und ich so, boah, Johannes, meinst du, ich könnte den auch probieren? Und dann meinte er so, ja, ich hab zwar noch keine, noch keine finalen Dosen. Aber wenn du willst, schick ich dir mal was rüber. Aber ich meinte, ja gut, dann probier ich den natürlich im Stream, damit ich auch direkt was zu sagen kann. Junge, der Cola, geisteskrank gut. Wir haben den auch am Abend vorm Stream geraucht. Ja, bin ich ja direkt zu dir gerannt und hab gesagt, Alex, du musst den rauchen. Beste Cola ever. Das ist so krass. Also ich muss sagen, seitdem bin ich auch so ein bisschen auf dem Cola-Film. Ich find den von Ocean zum Beispiel auch noch gut. Den find ich auch sehr gut. Da hab ich vorher gesagt, ist mein neuer Favorit neben Ghetto-Cola. Und dann zwei Wochen, nachdem ich gesagt hab, Ocean ist der Beste, kam der Fog Your Life. Und dann, also der Ocean ist auch sehr gut. Der ist super. Aber der Fog Your Life ist nochmal ne Stufe besser. Um einiges. Also um einiges hört sich jetzt immer so böse an, aber ist schon, ja. Macht den Ocean ja nicht schlechter. Ja. Also ich persönlich rauch zu Hause auch extrem viel Cola halt den Ocean, weil du mich so angefixt hast mit dieser geilen Cola-Note von Fog Your Life. Ich freu mich so auf diese Dose. Und der wird auch sehr, sehr häufig bei mir laufen. Meine Dose ist fast leer. Und du kennst das bestimmt. Wenn man eine Sorte hat, die fast leer ist, wo man nicht weiß, wann man die nächste Dose bekommt. Und man so unglaublich vorsichtig mit dieser Dose umgeht. Und das Ende in Sicht ist. Und du denkst, fuck, bald ist vorbei. Das ist der Moment, wenn du merkst, der Tabak ist wirklich insane gut. Ja. Und das hab ich grad so krass bei dem Cola. Weil er ist noch nicht raus. Ich kann doch jetzt nicht einfach noch eine Dose holen. Ich weiß nicht, wann ich den das nächste Mal bekomme. Aber holy fuck ist der gut. Ich hab ja die Hoffnung, dass wir am Montag was mit... Das können wir auch gleich nochmal erzählen. Zumindest kurz anschneiden. Kurz anschneiden, dann für die nächste Cast-Folge. Lass mich noch kurz was zu den anderen Fog Your Life-Sorten sagen, weil es kommen nämlich noch mehr. Es kommt ein Bärenmix. Der ist grundsolide. Der ist, ja, solide. Ist halt ein Bärenmix. Ja, ist halt ein Bärenmix. Holt mich jetzt alleine nicht so ab. Zum Mischen sehr gut. Geschmacklich aber schön abgestimmt und passt. Hat es ja letzte Folge mit dem Playread zusammen. Genau. Hatte ich letzte Folge mit dem Blarry, aber da sind wir ja nicht auf Fog Your Life eingegangen. Was kommt noch? Es kommt noch ein... Ja, ich überlege gerade den Namen. Ich glaube, Fanta... Fantas? Fantasia? Orange Fantasia? Irgendwie so. Auf jeden Fall kommt ein Fanta-Tabak. Also darf man natürlich nicht Fanta nennen, weil es eine Registered Trademark ist. Aber es kommt ein Fanta-Tabak. Und da war, wie auch jetzt bei dem Must-Have in der letzten Folge, für mich halt so, weiß ich nicht, Orange bei mir schwierig. Aber die ist auch solide. Also ich würde sogar sagen, die beiden sind meine neuen Orangen-Favorites. Also wenn du Virginia willst, würde ich sagen, nimm den von Fog Your Life. Und wenn du einen Dark Blend willst, würde ich sagen, nimm den von Must-Have. Ja, wahrscheinlich schon. So, und der ist auch gut. Der Bärenmix ist gut. Der Cola ist überragend. Und es kam noch ein Limette. Der hat gerochen, als wäre es die geilste fucking Limette, die ich in meinem ganzen Leben jemals geraucht hätte. Geschmacklich ist er auch gut. Ja, also nicht so geil wie erwartet, was man vom Geruch her hatte. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, ich war, ich habe beim Geruch so viel erwartet, dass er da gar nicht mehr mithalten konnte. Weil jeder kennt das. Tabak riecht immer geiler, als er letztendlich schmeckt. Ja, natürlich. Nee, nee, nee. Jetzt schmeißt du Dinge durcheinander. Die Traube Minze wurde überarbeitet. Das hat aber noch nichts mit der Base zu tun. Ach so, ich dachte. Ja, ja. Davon schmecke ich nicht viel. Genau. Ich nehme mich auch nicht. Ach so, okay. Ich dachte, du bist schon auf die Base. Nee, nee, nee. Das ist gleich das nächste. Also jetzt das nächste Thema. Weil Fog Your Life hat ja diesen sehr ausgewaschenen, sehr Nikotinarm, was für viele Leute bestimmt gut ist, aber für uns manchmal ein Problem. Also ich weiß, wie es bei mir ist. Ich rauche den ungern pur, weil das mir Nikotin-mäßig gar nichts gibt. Nichts. Könnte man sogar fast sagen, hervorragender Anfänger-Tabak. Weil viel weicher rauchen lässt sich eigentlich kein Tabak. Und viel weniger Nikotin gibt. Ich glaube, ich habe auch nicht so etwas wie Holztestest noch extrem ausgewaschen. Aber ich finde Fog Your Life sogar noch mal eine Stufe weniger stark vom Nikotin. Merkst du da einen Unterschied? Also ich, krass. Okay, also Marvin nickt für die, die zuhören. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, ich merke da jetzt keinen großen Unterschied bei. Wenn ich den Kopf Fog Your Life rauche, pur, mit der normalen Virginia Base, ich könnte nach einer Viertelstunde, wenn der Kopf perfekt an ist, könnte ich nebenbei zur Vape greifen. Weil ich Nikotin will. Und das haben wir nicht. Wenn ich jetzt ein Must-Have rauche oder irgendwas, was mit einem Dark Blend gemischt ist, habe ich das gar nicht. Dann greife ich danach irgendwann zur Vape. Aber zwischendrin brauche ich das nicht. Aber wenn ich ein Fog Your Life rauche, merke ich nach einer Viertelstunde eigentlich so ein paar Züge von der Vape, um ein bisschen Nikotin zu haben, wäre nice. Ach krass. Und so habe ich das schon gemerkt. Aber was du eben angeschnitten hast, Fog Your Life hat wie gesagt diese Virginia Base, die extrem gewaschen, extrem bearbeitet ist, extrem smooth läuft und extrem wenig Nikotin hat, was für viele Leute bestimmt geil ist. Aber andere Leute wünschen sich halt was anderes und zwar ein bisschen mehr Bums. Und da hat Hukain zwei neue Sachen angekündigt. Und zwar einmal die Natural Base. Das ist praktisch ein Burley-Tabak, der genauso bearbeitet wurde wie der Virginia-Tabak. Heißt, der hat fast kein Nikotin mehr. Zwar mehr als die Virginia-Variante, aber nicht annähernd so viel wie ein Dark Blend oder so. Aber du hast eben noch diese gewissen Noten, die ein Dark Blend mit sich bringt. Dieses leicht erdige, etwas herbe. Man könnte sogar sagen, ich finde, es gibt irgendwie so ein bisschen Umame. Weißt du, Umami? Umame? Sagt man auch, dieser weitere Geschmack, den es in der Küche gibt. Ich finde, das gibt, für mich persönlich, gibt das einfach so eine leichte Note mit in den Tabak, die ich mittlerweile sehr mag. Und ich glaube, einige Leute auch sehr mögen. Vor allem, wenn man sich mal an Dark Blend gewöhnt hat. Aber dann fehlt einem natürlich noch ein bisschen Nikotin. Und da kommt die dritte Variante von Blaze. Äh, von Blaze. Die dritte Variante von Hookain. Beziehungsweise, ach Digga, jetzt habe ich alle Marken durch, die man einmal falsch sagen könnte. Genau, von Fuck Your Life, die dritte Variante. Die habe ich aber leider noch nicht da. Und zwar soll das eine komplette Dark Blend Base sein. Das heißt, du kannst dir mit Fuck Your Life einen Virginia machen, einen Zwischending machen und einen Full Dark Blend machen. Mit mehr Nikotin. Also mit Dark Blend-Nikotin halt. Und das könnte extrem geil werden. Ich bin echt gespannt, wie das läuft. Jetzt hast du mir meine Überleitung kaputt gemacht. Und das finden wir hoffentlich heraus am Montag. Ja, weil am Montag, was passiert da, Marvin? Ich wollte, also ich habe eigentlich gerade so, und jetzt du, Alex. Ja gut, dann mache ich weiter. Ich wollte mal ziehen, weißt du? Weil dein Kopf nicht mehr läuft. Am Montag fahren nämlich Marvin und ich ... Der läuft wunderbar. Ja. Am Montag fahren nämlich Marvin und ich nach Berlin. 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 Wir fahren nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Zum ersten Mal. Das hat mich echt gewundert. Das hast du, glaube ich, im Stream erzählt, dass du das erste Mal in Berlin ... Dass du noch gar nicht in Berlin warst. Da war ich echt ein bisschen geschockt. Ja, bin ich selbst geschockt. Weil eigentlich so jede Klassenfahrt ... Irgendwann in der Schule fährst du eigentlich mindestens einmal nach Berlin. Nee, wir nie. Wir sind nach Wien, Digga. Wien ist auch gut. Da war ich noch nicht. Wien ist auch wunderschön. Da würde ich gerne mal hin. Wien ist echt eine wunderschöne Stadt. Safe. Nee, wir waren irgendwie nie in Berlin. Ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber das war halt so in der Schule. Also ich war von der Schule aus, glaube ich, schon zweimal in Berlin. Ja. Ja, und dann noch zweimal so oder so. Ich war schon ein paar Mal da. Auch so richtig Bundestag und so. Volles Programm und so. Ja, volles Programm. Ja, wie heißt hier die Holocaust ... Gedenkstätte da. Ja. Mit den Pfeilern da. Genau. An der Mauer. Ja. Also komplette Tour. Einmal How to Tobi Berlin. Yes, yes. Genau. Ja. Nee, ich war noch nie da. Und dann hat mich letztens, wie gesagt, Kontakt, ich habe eigentlich immer so Kontakt zum Johannes und wir schreiben so ein bisschen. Und dann meinte er so, schon vor Monaten, als er noch in Spanien war, ist er gerade auf Gran Canaria oder war er gerade auf Gran Canaria, ist jetzt wieder in Deutschland. Und da war er noch in Spanien. Dann meinte er so, ja, wir haben ja jetzt die Fabrik in Berlin und wenn ich wieder da bin, können wir da voll gerne mal hinfahren. Dann können wir uns das alles mal in Ruhe angucken. Dann siehst du das mal. Und ich so, ja, geil, let's go. Tabakfabrik angucken. Count me in, Digga. Bin ich dabei. Und dann hat mich der René angerufen und meinte so, was machst du nächstes Wochenende? Und ich so, außer Arbeiten, eigentlich nichts geplant. Ja, fahr mal Montag nach Berlin. Und ich so, Digga, du sagst mir heute, dass wir in den sechs Tagen nach Berlin fahren. Also ich bin ja ein spontaner Mensch, aber eine Berlin-Reise. Aber dann so, ja, okay, let's go. Und dann ging es ein bisschen weiter. Und auf einmal ist das ein Riesen-Immel. Ihr müsst euch vorstellen, das war das Letzte, was ich mit René geredet habe zu diesem Thema. Und auf einmal ruft mich Alex an. Ja, du, der René hat gefragt, ob das ein Problem wäre, wenn wir in einem Zimmer wären. Und ich so, in Berlin? Bist du dabei? Und dann irgendwie so, ja, ja, ich bin auch dabei. Und die Elvane-Jungs kommen auch. Und ich so, was ist denn das für ein Event geworden? Also irgendwie. Ich hab doch mitbekommen, dass irgendwie David und Cenk ist noch dabei. Ja, pass auf. Das wusste ich aber, weil als ich das mit René ausgemacht habe, hab ich schon zu René gesagt, ey, lass doch mal gucken, ob wir uns mit David und Cengiz treffen können. Weil die sehe ich halt selten, weil die in Berlin sind. Aber spätestens seit den Malediven sind wir halt die Badehosen-Buddies. Und dann dachte ich natürlich direkt, ey, wenn ich schon in Berlin wäre, dann würde ich halt gerne David und auch Cengiz sehen. Ja. So, und dann hab ich halt den zwei geschrieben, so, ey, Montag, Dienstag gehen wir Korean-Chicken essen. Habt ihr Zeit, habt ihr Bock? Ich bin in Berlin. Lass doch mal was machen, wenn ich schon mal da bin, wenn wir schon mal so nah aneinander sind. Weil ansonsten sind dann immer 600 Kilometer zwischen uns. Schreiben die Leute auch immer. Ja, mach mal mehr Videos mit David. Ja, klar, Digga, ich fahre einfach jede Woche einmal 600 Kilometer nach Berlin und David fährt 600 Kilometer nach Frankfurt. Macht Sinn. Für ein Video. Für ein Video, was man halt so, für ein Stream. Klar. So, fünf Stunden Fahrt, drei Stunden Stream, wieder fünf Stunden Fahrt. Easy, Digga. Sprit kostet ja auch nichts im Moment. Nein, gar nichts. Deswegen ist ja alles kein Problem. Nee, aber die zwei hab ich selbst gefragt. Aber ich wusste nicht, dass auf einmal die Fabrik in Berlin dann da so ein Event draus macht und da jetzt Hersteller kommen und mehrere Blogger kommen. Ich dachte so, wir fahren da entspannt hin. Ich kann mir einmal das angucken. Ich mach ein cooles Video, damit die Leute das auf YouTube dann auch mal sehen, wo der Hokka-In, Fuck Your Life und Blaze dann letztendlich alles hergestellt wird. Aber jetzt ist das voll das Event. Ja, weil zuerst hat mich, das hab ich dir noch im Umair erzählt, da haben mich die Elvan-Jungs angeschrieben und meint so, hier, wie sieht's eigentlich aus, bist du auch in Berlin dabei? Ich mein so, nee, ich glaub nicht. Ich weiß, dass du hinfährst, aber ich bin, glaub ich, nicht dabei. Ich mein so, ah, schade, hätte man sich mal sehen können. Das war so mein letzter Stand, hab ich euch noch erzählt, so, ich, ich, natürlich würde ich gern mitkommen, aber ich will da jetzt mich nicht aufdrängen, so. Ja. So, und dann irgendwie zwei Tage später ruft auf einmal René an. Ich geh ran. Hier, Alex, wie sieht's aus? Willst du mit nach Berlin kommen? Hast du Bock? Einziges Problem ist, Hotels sind schon gebucht, du müsstest mit Marv vielleicht in einem Zimmer schlafen. Ja, aber spätestens seit dem Blogger-Meet sind wir doch kuschel- und schnarch-Buddies. Ja, das stimmt. Hast du zwar eine Kopfnuss gegeben, aber das ist verkraftbar. Ja gut, du hast halt wirklich laut geschnarcht. Irgendwie muss man sich da wehren. Schlimm, ne? Ja. Ist ein hartes Leben. Nee, aber das ist natürlich kein Problem. Und ja, dann fahren wir am Montag nach Berlin. Also heute ist Freitag, wo wir die Folge aufnehmen. Das heißt, in drei Tagen geht's los. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin zum ersten Mal in meinem Leben. Ich bin gehypt. Machen wir dann auch eine komplette Tour, ja? Wir haben ja schon, nee, wir machen die Shisha-Touri-Tour. Die Shisha-Touri-Tour? Ja, STT. Kennen wir doch. Ja. Aber Alex und ich haben schon den Masterplan. Wir haben im letzten Cast erzählt, dass wir jetzt ab und zu mal eine Runde TFT zusammenzocken, ne? Also von Leech of Legends. Ist mit Absicht, Digga. Und jetzt musst du sagen... Nein, das heißt Leech of Legends. Richtig, Alex. Weil man würde ja auch nicht sagen... Champions Leech. Richtig. Und richtig. Genau so ist das. Und da haben wir schon den Masterplan gemacht. Wir machen uns dann eine Pfeife an, setzen uns... Wir werden von... Also René kommt Sonntagabend. Dann kann man schon mal chillen, Pfeife rauchen und so. Und montags fahren wir dann los. Und wir sind mit dem Blaze-Mobil unterwegs. Das heißt, Alex und ich können uns hinten in diese Baba-Sitze reinballern. Nehmen uns jeder, weiß nicht, iPad, iPhone oder Mac mit oder so. Machen uns jeder eine Pfeife mit einem Blaze-Mobil an und können dann schön auf der Fahrt nach Berlin richtig schön TFT suchten und eine fucking Pfeife rauchen, während wir da hochfahren. Das wird so geil. Das wird wieder Shisha-Klassenfahrt-Feeling, sage ich dir. Das stimmt. Und dann in Berlin gucken wir uns die Fabrik an, was auch übel geil ist für jeden Shisha-Nerd. Und dann gehen wir noch Korean-Chicken essen mit Cengiz und Döle. Das wird so geil. Das werden coole Tage. Ja. Die freuen wir schon drauf. Weißt du eigentlich, bis wann es geht? Bis Mittwoch. Ah ja, gut. Montag bis Mittwoch. Okay. Ich dachte Mittwoch, aber ich hatte keine definitiven Aussage. Mein Stand ist, wir kommen Montag an und fahren Mittwoch zurück. Okay. Glaube ich. Du kannst bis Donnerstag bleiben. Nee. René hatte mich gefragt, wann kannst du? Und ich habe gesagt, lass Montag bis Mittwoch machen, weil dann fällt nur ein Stream aus. Ah ja. Dann kann ich Sonntag streamen und kann Donnerstags wieder streamen. Und dann fällt nur einer aus, obwohl ich drei Tage weg bin. Das ist verkraftbar. Wir können ja auch einen kleinen Insta oder Insta-Stream auf der Fahrt machen. Insta-Stream auf der Fahrt sehe ich uns. Ja, eigentlich schon. Da sehe ich uns. Das ist ja eigentlich geil. Ja, probieren wir mal aus. Aber das ist eh schon alles Geschichte, wenn ihr diese Folge hört, weil wir die ja pre-recorden. Aber in der Folge 26 können wir dann schön über unsere Tour nach Berlin reden. Ja. Da kommt dann das Recap. Bin schon gespannt. Ich hoffe, ein gutes Recap. Ja. Und wenn ihr natürlich Interesse daran habt, dann folgt ihr uns ja bestimmt schon auf Insta und dann habt ihr schon gesehen, wie wir TFT mit einer Pfeife im Blazemobil rauchen. Genau. Ja. Wichtig und richtig. Können wir das, können wir wichtig und richtig einmal auf drei eins, zwei, drei. Wichtig und richtig. Sehr gut. Das können wir jetzt als Einspieler. Basti, kannst du rausschneiden, kannst du immer irgendwo reinpacken, wo es passt. Ah, schön. Wunderbar. Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Tour. Yes. Und was sich wie ein sehr, sehr geiles Produkt anhört, ist der neue Avanos. Avanos, ja. Das ist ein Kopf und nicht nur irgendein Kopf, also nicht ein x-beliebiger Funnel, wie, also was heißt x-beliebig, aber jeder Funnel erfüllt hier eigentlich den gleichen Zweck. Fangen wir mal so an. Brauchen. Genau, du kannst den ganzen Spaß, kannst Tabak reinpacken, kannst ein Heat-Management-Device draufsetzen. Wie geht das? Manchmal hast du mich Alex so abgrundtief. Und kannst dann Kohle reinlegen, kannst den ganzen Spaß rauchen. In den Funnel die Kohle rein? Ja, genau. Und dann HMD? Genau. Okay. Und dann nochmal Kohle, die an ist? Nee, nee, oben, ganz oben musst du dir die aus ist, weil dann hast du, dann geht die von unten, geht dann oben an. Genau. Digga, anderes Level. Ja. Five Head. Und wegen der Kohleschale, dann, dann geht es da auch. Ich verstehe schon. So ein Ding ist das. Nee, komm, erzähl, was kann der Avanos? Auf jeden Fall, haben sich die Jungs von Avanos gedacht, da muss man noch ein bisschen mehr raushauen. Irgendwie eine Funktion, die der Kopf erfüllen kann. Und es ist ja häufig das Problem bei Leuten, dass die Molasse vom Kopf direkt in die Baul reinläuft. Also ich kriege da zum Beispiel auch oft die Frage so, ja, ich habe jetzt ein Funnel, aber trotzdem habe ich Tabak in der Baul. Ja, genau. Also ein Funnel ist halt keine allgemeine Garantie, dass kein Tabak in die Baul fliegt. Ja, natürlich weniger als bei einem Mählochkopf. Ja, wobei, also ich meine, das Funnelloch ist dadurch größer, die Wahrscheinlichkeit, das was reinkommt, ist kleiner, aber du könntest sagen, solange es jetzt nicht irgendwie ein extrem feiner Tabak ist wie Must-Have, dann sind die Löcher höchstens verstopft, aber so ein Allfacher fällt jetzt nicht durch die Löcher in einem Mähloch. Kommt natürlich auch wieder auf dem Mähloch an. Ist ja auch egal, so oder so, egal welchen Kopf du rauchst, es ist relativ wahrscheinlich, wenn du nicht super flach baust, dass du ein bisschen Tabak runterfällst. Und Molasse. Genau, und da haben sich die Jungs gedacht, da musst du irgendeine Lösung geben. Und die haben dann in dem Kopf das sogenannte Trip Shield eingebaut. Das heißt, im Endeffekt könnt ihr euch wie... Das ist auch noch ein fancy Name für Molassefänger, oder? Ja, genau, also Molassefänger im Kopf drinne. Und das funktioniert auch erstaunlich gut, muss ich sagen. Von der Performance her finde ich den Kopf auch nicht schlecht. Läuft ganz okay. Mit was würdest du den so performanstechnisch einordnen? So Oblaco oder? Also nicht so Richtung Wandenberg? Nicht Richtung Wandenberg, aber ein bisschen besser als Oblaco, also so ein Zwischending. Also grundsolide. Genau, solider Kopf von der Performance her. Meiner Meinung nach zu viel Tabak, der benutzt werden muss. Also wir liegen da schon... Echt, das sah gar nicht so groß aus, das Depot. Das sieht eigentlich... Auf Bildern finde ich... Aber der Kopf an sich ist riesig, ne? Der ist halt auch riesig und ich würde schon sagen, dass du da bei deinen 25 Gramm Plus bist. Und das ist mir schon zu viel Tabak, muss ich sagen. Also krass. Mein Sweetspot ist auch so 18 bis 22. Ja, genau. Da bin ich auch voll dabei und 25, vielleicht noch ein bisschen mehr, ist dann schon so kritisch. Ja. Weswegen der auch bei mir nicht so häufig läuft. Hin und wieder mache ich mir den ganz gerne mal an, aber ist jetzt kein Daily-Kopf bei mir. Und ja, aber die Idee dahinter finde ich ganz cool. Ich habe auch gesagt, ist halt eher so ein Nischenprodukt, weil mich persönlich nervt es halt eher weniger. Es gibt natürlich... Also ich muss kurz reingritschen, weil nerven tut es mich auch nicht. Aber wenn ich dieselbe Performance haben könnte und den Vorteil, dann würde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Auf jeden Fall, aber da kommt natürlich noch der Preis. Also wir sind auch im höherpreisigen Niveau. Ich glaube, wir sind zwischen 30 und 40 irgendwo unterwegs. Naja gut, also ein Wandenberg kostet jetzt regulär auch 35 und ein Hyphen kostet auch regulär 40. Also man kann ja schon sagen, für einen Funnel, der entweder hervorragend gut performt oder eine Special-Funktion hat, ist das fast der normale Preis, auch wenn es natürlich nicht wenig Geld ist für einen Shisha-Kopf. Also wenn ich mir überlege, wie viele Fragen ich kriege mit, sag mal ein Komplettset für 50 Euro und dann kostet ein Kopf schon nur 40 Euro, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, die eine Sache, die mich an dem Kopf bis jetzt ein bisschen abschreckt, ist das extrem große und sehr bauchige Design. Wenn man den Kopf an sich so sieht, denke ich mir, ja, sieht cool aus, ist mal eine andere Form. Aber dann habe ich den zum Beispiel bei David in der Story auf einer relativ kleinen Pfeife gesehen und da dachte ich mir schon so, weiß ich jetzt nicht, ob das mein ästhetischer Anspruch wäre. Also ich muss sagen, also erstmal zurückgekommen auf, was du meinst mit der Funktion und so weiter. Also er liegt bei 50 Euro, was ich dann für den Tabakverbrauch und die in Anführungszeichen so Nid-Performance, wo es auf jeden Fall für den gleichen Preis bessere Köpfe gibt. Dadurch würde ich eher sagen, eher ein Nischenprodukt. Weil wenn dich das dann wirklich stört, dann sage ich, hol ihn dir, dann bist du damit super bedient. Plus man muss auch dazu sagen, du könntest dir für 50 Euro, kannst du dir auch einen Wandenberg für 35 holen und so einen Aufsteck-Molasse-Fänger für 10 bis 15. Genau. Ist dann halt auch wieder die Frage, ob das so ästhetisch ist. Ich mag es zum Beispiel nicht. Benutze ich nur für Videos, wenn ich irgendwie die Bowl filme und ich nicht will, dass da was runterfetzt, dann benutze ich gerne mal so einen Aufsteck-Molasse-Fänger. Aber dann, deswegen bin ich eher auf der Schiene zu sagen, ist mein Mann noch eher ein Nischenprodukt. Coole Idee. Ich habe den Jungs gesagt, Depot vielleicht ein bisschen kleiner, dann auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Aber auch zu dem, was du gesagt hast, vom Design her, bin ich auch voll bei dir. Der sieht halt, ist halt sehr, sehr klobig, gerade durch die Funktion bedingt. Klar. Wenn da noch was eingebaut werden muss, dann kann das nicht so dünn sein wie beim Oblaco. Ich muss aber sagen, so auf großen Pfeifen mit so einer Bubble Bowl kommt das ganz gut. Ich hatte ihn jetzt auch schon einst einmal auf meiner Geometrie Mini zum Beispiel stecken. Das sieht halt nach nichts aus. Ja. Also ästhetisch ist er halt nicht mehr. Ja. Also wie gesagt, bei David habe ich es auch auf einer relativ kleinen, normalen, schlichten Pfeife gesehen. Bestes Beispiel, stell dir vor, du packst diesen Kopf auf sowas wie eine Aladdin Epochs 360. Ja. Das ist komplett schlicht. Ich wollte slim sagen. Slim. Slim. Auch so eine ganz filigrane Pfeife. Ja. Das passt besser. Und dann so ein Klopper. Nee, eine nicht filigrane Pfeife. Passt besser. Nee, also, von meinem Wortlaut her, weil ich gerade... Ach so, okay. Also, Aladdin Epochs filigrane Pfeife, deswegen passt der Avanus nicht so gut drauf, weil der relativ klopig ist. Ja. Genau. So, jetzt aber. Es wird langsam aber wirklich gruselig. So, ähm, heute relativ viele Pakete bei dir angekommen. Du hast nämlich noch zwei... Vier. Vier! Junge, was ist mit dir? Weiß ich nicht. Ja, komm, erzähl. Nächste Pfeife, die bei dir angekommen. Die SCS. Hucca. Hucca. Kommt. Was ist denn heute los? Los, ja. Vom Hersteller DK, also DK Epoxy Art ist der gleiche Hersteller wie von SCS Hucca. Dadurch kann man auch direkt drüber schwenken zu den Sleeves und zwar sind alle aus verschiedenen Holzarten. Ich glaube, Olivenholz ist das Ganze. Sleeves sehen auch sehr, sehr schön aus. Gibt es auch mit Epoxy und ich glaube auch nur Epoxy Sleeves. Also es gibt drei Varianten. Finde ich an sich sieht sehr, sehr schön aus. Sieht auch hochwertig aus. Pfeife ist so eine ja mittelgroße Steckpfeife. Kommt mit einer verhältnismäßig hochwertigen Standard Bowl. Sowohl vom Design als auch so vom Gewicht her, von der Klassstruktur würde ich sagen, dass die hochwertiger ist als normale Standard Bowls. Funktion dabei ist, du kannst auch beim Rauchen umstellen. Das heißt dann, du kannst da... Also KFS-Style. Genau. Und dann dreht man? Du kannst unten am Sleeve kannst du theoretisch drehen. Du kannst Sleeve drehen, kannst dann Blow von Base zur Seite von oben nach unten stellen. Ne, von Teller zur Seite. Also das ist am Teller so weg. Wegplaced. An sich ist eine solide Pfeife. Aber du hattest nicht so schöne Unboxing-Erfahrung, oder? Ja, das stimmt. Also ich finde die vom Rauchen her war solide. Look her ist auch gut. Ich finde die Sleeves echt schön, muss ich sagen. Aber ich habe in der Community einfach mal so einen Abstimmung beim Unboxing gefragt, so wie findet ihr die Pfeife? So, Ersteindruck. Und die war eher negativ gehaftet. Also nicht vom Unboxing her, sondern von der Pfeife. Ja genau, also wie die Leute die Pfeife so finden. So Ersteindruck. Weil Unboxing warst ja ein bisschen enttäuscht, ne? Ja, also da war ich, da wurde ich echt ein bisschen sauer, muss ich sagen. Sauer sogar? Ja, also nicht sauer auf den Herstellern, teilweise auch, aber ich... Also nicht sauer auf den Hersteller, aber eigentlich schon. Aber ich habe mich halt, ich saß da und habe mich richtig geärgert, weil das Packaging existiert quasi nicht. Okay. Also du musst dir vorstellen, das Paket kam an, SCS-Hooker, habe das aufgemacht mit der guten SWG-Kohle-Zagge. Auch als Paketöffner hervorragend für 10% schnelleres Öffnen der Pakete. Und dann musst du dir vorstellen, ist da einmal so eine kleine Box drin gewesen, wo du schon gemerkt hast, vom Gewicht her, dass es... So wie die Inlays bei Aeon. Genau. So eine kleine, rechteckige Box. Genau, wo du schon gemerkt hast vom Gewicht, da sind die Edelstahlteile drin. War noch ein kleines Paket mit der Bowl drin, die war extra verpackt, war auch alles ganz, war gut eingepackt. Ja, habe ich die Bowl ausgepackt und dachte, okay, mache ich mal die Edelstahlteile auf. Dann mache ich die Box da auf. Da fliegen die ganzen Edelstahlteile zehnmal verpackt mit Luftpolsterfolie und fünfmal Klebeband drumrum. Also literally nichts in diesem Karton drin, als die Teile, die einzeln tausendmal eingewickelt wurden. Und ich saß dann da und ungelogen, ich habe mindestens eine Viertelstunde dran gesessen, um diese ganzen kleinen Dinger aus der Luftpolsterfolie rauszukriegen. Also ich muss ehrlich sagen, ich denke mir oft, wir packen ja relativ viele Pfeifen aus. Und ich denke mir halt oft, muss das wirklich so viel Plastik-Schaumstoff sein? Weil also, man kennt das, man packt so eine Pfeife aus und vom Karton bleiben halt 80 Prozent über. Und da denke ich mir manchmal so, vielleicht wäre ein anderes Packaging zwar weniger schön, aber halt deutlich umweltschonender. Aber dann muss halt trotzdem noch irgendwas da drin liegen, was verhindert, dass das Zeug umherfetzt. Also wenigstens irgendwie so ein zusammengeknolltes Papierschlauchgebilde oder so. Und das, da war ich schon ein bisschen so. Ja. Ja, okay. Aber wie gesagt, von der Performance her, von der Pfeife war es super gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Ja. Super Durchzug. Das ist eine Durchzugs-Skala so 0 bis 10. Ich würde die so Richtung Priest sogar fast setzen. Was würde ich einer Priest geben? So eine 7 bis 8 vielleicht? Ja, ich hätte auch 7,5 gesagt, ja. Ja, so auf die Skala würde ich die setzen. Lässt sich gut rauchen. Blow-Off ist cool, funktioniert alles. Was ich halt... War ich gängig, der Blow-Off? Ja, sehr weichgängig. Was ich aber dem, was ich SCS gesagt habe, was ich auch so als Meinung vertreten würde, die Pfeife kommt für das, was sie ist, zu spät auf den Markt. Also wenn du überlegst, wie lange eine Priest 2 mit der Umbau-Funktion schon auf dem Markt ist, wie lange eine KFS 2 mit der Umstell-Funktion auf dem Markt ist. Mittlerweile die Pro X Mini mit 15 verschiedenen Blow-Offs plus nochmal 3, wenn man die alten noch dazu zählt. Und da ist das einfach von der Funktionsweise her... Also ich sehe kein Unix-Selling-Point. Das ist so das Ding. Ich finde die Sleeves echt super cool. So dieses Holz-Epoxitas, was auch super hochwertig aussieht, weil das auch einfach kann. Aber ansonsten sehe ich da nicht so viel... Also du glaubst, eher so ein Nischending. Für die Leute, die es extrem gut oder denen es extrem gut gefällt, schon ein gutes Ding. Genau. Aber vielleicht noch mit ein paar Eckenhautkannen. Man muss ja auch sagen, das ist jetzt die erste Pfeife, die er rausgebracht hat. Da muss man den Leuten manchmal ein bisschen... Und ich weiß auch, dass sie schon... Wie nennt sich das? Cutting some slack. So ein bisschen... Da kannst du noch den einen oder anderen Anfängerfehler oder kann man da noch verzeihen? Was ich super bemerkenswert finde, das will ich auch rausheben, dass die Standard Bowl wirklich cool ist. Also das ist halt immer... Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber immer wenn ein Standard Bowl dabei ist, fliegt die eigentlich direkt in die Ecke und ich hau mir eine Cesar-Ton dabei. Das ist wirklich ein Standard Bowl bei der SCS, die ich auch mal so benutzen würde. Okay. Also die hat ein cooles Design. Wie würdest du die Standard Bowl... Also sagen wir nicht Standard Bowl, wie würdest du die SCS Bowl mit der GOAT Bowl vergleichen? Die kennst du ja auch beide, ne? Die große und die kleine. Ähm, hochwertiger. Hochwertiger? Ja. Okay, aber auch so schön mit Cuts und so? Ohne Cuts. Ist komplett clear. Hat so eine leichte Wölbung unten drin. Also Glas hochwertiger, aber dafür nicht so ausgefallen. Genau. Okay. Aber das klingt ja trotzdem solide. Deswegen da bin ich... Das finde ich sehr, sehr cool. Ansonsten, wie gesagt, also wer die cool findet, macht damit überhaupt nichts falsch, aber ist so am Zahn der Zeit, sagt man das so? Ja. Zeitgeist ist ein bisschen vorbei. Gut, aber abgesehen von der Unboxing-Experience klingt das ja eigentlich ganz gut. Ja. Du hast aber noch ein Paket bekommen, wo die Unboxing-Experience hoffentlich einen Ticken geiler war. Oh, das war wunderschön. Eine Pfeife, die du bei mir schon so oft geraucht hast und die endlich auch bei dir steht. Ja, das muss ich sagen, das war so eine Pfeife, die ich Ewigkeiten schon haben wollte und die ich auch... Eigentlich immer, wo ich bei dir war, habe ich mir die angemacht. Läuft ja auch gerade wieder. Und zwar habe ich die Stimulation Pro X Mini bekommen. Auch mit dem Blur-Offset und einem Sleeve. Und ja, ich bin... Ich habe... Ich kenne ja Rauchverhalten einfach super cool und bin super happy mit der Pfeife. Also raucht ihr auch bei mir zu Hause sehr, sehr häufig. Ich habe mir die weiß-matte Version ausgesucht mit dem weißen Sleeve, also komplett in weiß gehalten. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Macht super Spaß, die zu rauchen und ja, genau. Finde das auch... Stimulation einfach so eine Brand, die gehört einfach im Shisha-Game dazu. Ja, finde ich auch. Also wenn es um High-End-Shisha geht, kommst du dann in Stimulation meiner Meinung nach vorbei. Dann ist noch so ein bisschen Geschmacksfrage, Aeon oder Stimo. Die haben ja so dasselbe Segment, kann man sagen, hochpreisige, aber hervorragend. Das ist das Premium-Segment. Ja, aber schon das absolute Premium-Segment. Es ist ja auch immer so ein bisschen Definitionssache. Für viele Leute ist das schon sehr Premium, wenn du 150 Euro für eine Pfeife ausgibst. Für viele Pfeife ist die Breeze eine Premium-Pfeife. Und wir sind da halt so in unserer Bubble, wo die Breeze eher der gute Standard ist. Das ist eine sehr gute Pfeife, 150 Euro, solide Preis-Leistung, sieht cool aus, lässt sich gut rauchen, ist absolut in Ordnung. Aber wir würden das jetzt nicht als Luxus bereiten. Okay, Luxus ist dann wieder was anderes. Das wäre wahrscheinlich so eine goldene VUCA, eine Meduse, eine Kayambali und so Sachen. Das ist ja eigentlich schon so die Superlative. High-End. Ja. Ich würde sogar sagen, Stimulation und Aeon sind High-End und der Rest ist Luxus, was dann kommt. Ja. Also ein Luxus-Gut so wie ein T-Shirt bei Louis. Von der Qualität her vielleicht jetzt nicht atemberaubend besser als ein gutes Shirt von weiß ich nicht, LFDY, Pikes und so weiter. Aber halt nochmal mehr Prestige, mehr Besonderes, mehr Ausgefallen. Genau so in die Richtung. Das stimmt. Ja, aber Stimulation absolut cool und Stimulation hat auch letztens angekündigt, dass bald die Pro X Prime kommt. Die haben die Namensgebung ein bisschen umgestellt, weil es gab ja die Pro X, dann gab es die Pro X2 dann gibt es jetzt noch die Pro X Mini und dann gab es noch die Prime Pro X. Da war es einfach umgedreht. Ja. Und da hat Stimulation jetzt gesagt, jetzt kommt die nächste Version. Das heißt, ich gehe auch mal stark davon aus, dass es eine mittelgroße Einschlauchpfeife wird. Ist zumindest meine Theorie, würde mich wundern. Ansonsten macht der Name keinen Sinn, weil die Prime Pfeifen waren immer mittelgroße Ein- bis Zweischlauchpfeifen. Wäre tatsächlich auch cool. Eine Zweischlauchpfeife von Stimo. Ich habe viele Leute, die eine Zweischlauch suchen. Ja, extrem viele Anfragen und eigentlich ist die einzige Alternative momentan die Moos, glaube ich, die mir einfällt. Würde ich nicht mehr empfehlen. Ich habe tatsächlich letztens die Mataleon bekommen, die finde ich auch sehr cool. Die haben auch ein paar coole Zweischlauch. Ja, cool. Finde ich persönlich geiler als die Moos, weil sie komplett Edelstahl ist. Ah ja, cool. Für einen ähnlichen Preis kriegt sie komplett Edelstahl. Zwei Anschlüssen? Ja. Ah, perfekt. Ansonsten hätte ich nämlich auch gesagt, eine Aladin, wo du halt einen zweiten Anschluss dazu holst. Ja, wenn du es günstiger haben willst, ist das die bessere Alternative. Ja, definitiv auch sehr, sehr cool. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Pro X Prime. Same. Habe ich auch. Wird dann auch Video folgen. Vielleicht, wenn die Folge rauskommt, vielleicht wissen wir dann sogar schon mehr. Ja. Aber zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir noch nicht mehr. Genau. Dann haben wir beide noch eine Pfeife bekommen und zwar die Magnum Drip. Magnum hat eine neue Pfeife rausbekommen und ich hatte persönlich ein paar Probleme mit der Pfeife, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar kam die Pfeife bei mir an und ich glaube, Kinga und Anna waren bei mir und Simon. Und dann haben wir die Pfeife so zusammen ausgepackt und ich dachte, cool, dann kann ich die heute Abend direkt mal rauchen und pack die so aus und packst so die Rauchsäule aus und denk mir, geil, schöner Sleeve, pack die Base aus und denk mir so, boah, nice, die sieht richtig geil aus. Kohleteller, perfekte Proportionen zum Rest der Pfeife. Die Base sogar so gemacht, dass du sie ohne Adapter als Schraub- und Steckvariante nehmen kannst. Das ist ein mega Feature. Das ist das coolste Feature an der Pfeife. Safe. 100 Prozent. Bitte alle Pfeifen ab jetzt genau so. Dann bin ich glücklich. Also ein mega geiles Feature. Und dann habe ich die Bowl ausgepackt und dachte mir erst mal, wow, mega schön. Also Glasverarbeitung, hervorragend, Gewinde sah gut aus, die Form wunderschön, die Cuts absolut hervorragend, also wirklich top. Und dann drehe ich die um und sehe diesen winzigen Standfuß auf der Unterseite. Und da war ich echt ein bisschen traurig. Dann habe ich die Pfeife zusammengebaut, habe die hingestellt und die war bei mir wirklich sehr instabil. So instabil, dass ich beim Rauchen echt Angst hatte, dass die umfällt. Ich habe die stabilisiert mit Getränkeuntersetzern, die ich drumherum gestellt habe. Das war wirklich traurig. Dann habe ich halt, das war noch bevor die rauskamen, dann habe ich halt Magnum geschrieben und dann meinten die halt so, ja, das kann eigentlich nur irgendwie eine Prototyp-Bowl sein und man muss fairerweise sagen, die haben mir dann noch zwei Bowls geschickt und die beiden Bowls haben auch einen deutlich größeren Standfuß. Aber ich habe mich dann trotzdem gegen ein Video entschieden, weil also ich hätte halt Angst, dass ich die Pfeife promote und dann kriegen Leute auch diesen kleinen Standfuß. Wenn man sich die Bowls aussuchen kann von mir uneingeschränkte Empfehlung, ich finde die Pfeife wunderschön, die hat super coole, unike Feature, das Rauchverhalten ist gut, das Blow-Off kommt unter dem Teller an der Rauchsäule entlang, kann man auch noch ein bisschen umbauen, gibt es viele verschiedene Umbauvarianten, ich glaube 15, 16 Umbauvarianten, also wieder insane viel und wirklich alles geil an der Pfeife, nur bei der Bowl habe ich ein bisschen Angst. Und da kann man natürlich auch noch dazu sagen, wenn ihr eh plant, die auf einer Steckbowl zu benutzen, übel geiles Ding, weil dann habt ihr nicht das Problem, dass die Bowl eventuell vielleicht wackelig sein könnte, wie gesagt, die Marken-Jungs haben mir gesagt, das ist ein Prototyp bei mir, ich habe aber auch schon von ein paar anderen Leuten gehört, dass sie sagen, ist jetzt nicht die stabilste Pfeife auf dem Tisch. Also wenn ihr da keine Angst vor habt, geiles Ding, wenn ihr vielleicht ein bisschen tollpatschig seid, vielleicht nicht so eure Pfeife. Ja, würde ich auch so mitgehen, ich habe ja auch die sehr schmale Bowl bekommen und das war teilweise schon kritisch, also ich habe die als Einkommen... Aber deine war nicht so schlimm wie meine, oder? Die war auf jeden Fall auch schlimm, ich weiß nicht, ob es genauso schlimm war, ob das schon der breitere war. Müssten wir nochmal vergleichen, ja. Aber war auch sehr, sehr wackelig irgendwann. Schade, schade. Am Schlauch kannst du halt keine Spannung drauf haben, ohne Schiss zu haben, dass die komplette Pfeife umfällt. Das ist halt das größte Problem gewesen. Ich habe die auch eigentlich einmal auf der Standard-Ball geraucht, seitdem nur noch auf Steckballs. Ja. Weil der Stem und die Pfeife an sich sind cool. Übel cool. Funktioniert alles gut. Vor allem mit dem Feature, mit den Steckballs, das finde ich so geil, wirklich, warum ist keiner Feuer auf die Idee gekommen? Also wirklich Props an Magnum. Bitte jede Pfeife jetzt so. Super geiles Ding. Also es gibt doch immer diesen Zwiespalt, hole ich mir eine Steck- oder eine Schraubpfeife und wenn ich eine Schraubpfeife habe, gibt es dafür einen Steckballadapter, dann was kostet der noch, wie sieht der aus? Und die Magnum Drip musst du dir ja keine Sorgen drum machen. Ja, genau. Übel geil. Schade, dass das mit den Bowls so ist. Ich habe mich wirklich, als die Bowl gesehen haben, dachte ich mir wirklich so, hat die sich keiner vorher angeguckt? Ja. Also ihr merkt schon, also ein bisschen hin und her gerissen bei der Pfeife, weil die Pfeife an sich, saucool, gutes Rauchverhalten, sauschönes Design, super coole Feature, nur die Bowl ist vielleicht so ein bisschen Glückssache. Ja. Ob man eine mit einem großen Standfuß hat, wie gesagt, ich habe gehört, das ist ein Prototyp, die ich hatte. Ja, weiß ich nicht. Gut. Mir fällt keine gute Überleitung an. Der Alex würde euch gerne noch was mitteilen, was er jetzt regelmäßig macht. Werbung in eigener Sache hier im Cast und zwar streame ich momentan jeden Abend eigentlich live und zwar auf TikTok. Da gibt es den Gute-Nacht-Kopf-Stream. Setze mich da immer meistens so um 12 Uhr, meistens nochmal hin, wenn ich einen Gute-Nacht-Kopf baue und streame das Ganze. Wie gesagt, auf TikTok nehmen da die Leute mit, extrem viele Leute, die halt, also ich muss sagen, die Community auf TikTok ist halt wirklich noch so sehr weit unten, was das Wissen angeht. Also es sind wirklich sehr, sehr Anfänger-Basic-Fragen. Du musst das positiv ausdrücken. Du kannst den Leuten auf TikTok noch sehr viel beibringen. Ja, das finde ich halt auch so cool, weil du kriegst auf Insta teilweise wirklich sehr, sehr spezifische Fragen mittlerweile. Oder ich zumindest. Ja, ich kriege auch immer weniger Anfänger-Fragen. Ja, und das finde ich auch wieder irgendwie erfrischend, da auf TikTok dann so Anfängertipps mal wieder zu geben. Weißt du, was ich mir aber gut vorstellen könnte, woran das liegt? TikTok-Algorithmus ist halt geisteskrank und der verteilt alles. Ja. Und auf Insta habe ich so das Gefühl, es kommen kaum noch Leute dazu. Das stimmt, ja. Also ich habe das Gefühl, in Shisha, Instagram gerade noch zu wachsen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Also wenn du gut bist, hältst du deine Abonnenten. Aber ich bin zum Beispiel auch von 70 auf jetzt 68,5 runter. Ja, bei mir geht es auch abwärts. Also ich merke zwar zum Beispiel, dass meine, von Insights her, dass die deutschen Follower prozentual mehr werden. Ja. Dass einfach die ausländischen Follower, ich habe zum Beispiel durch die Mixing-Sessions extrem viele Brasilianer bei mir gehabt, weil die irgendwie voll auf den Kopfbau abgehen. Und die verschwinden mit der Zeit jetzt immer weiter. Und ich kriege halt zwar deutsche Follower dazu, aber einfach in der relativ weniger. Also ich verliere halt Follower, dafür wird es prozentual mehr. Ja. Ist halt so, aber. Also Qualität von den Followern steigt, aber die totale Zahl sinkt ein bisschen, ja. Und ich glaube, das ist auf TikTok anders. Da kommt jeder mal rein, scrollt irgendwie durch seine For You-Page und sieht dann mal den Herr Directly, der da schön was erzählt und sich ein Köpfchen baut. Und dann gucken die Leute mal rein. Ja, genau. Und deswegen macht mir super viel Spaß, auch dieses kurze Livestream, weil die Streams gehen meistens so eine halbe Stunde, maximal mal eine Stunde, wenn ich da einen Kopf baue und danach noch frage. Eine Stunde? Weil es gibt auf TikTok die Funktion, dass du so Fragen-Sticker hast. Also die Leute können... Also so wie Q&A-Stream auf Insta? Ja, genau. Ich wusste gar nicht, Insta habe ich zweimal live gestreamt. Echt? Nur? Ja. Sogar ich mehr Livestreams auf Insta gemacht? Nee, habe ich sonst noch nie gemacht. Und ja, genau. Also wenn es das da auch gibt, dann hast du so Sticker-Funktion. Ja. Und dann sage ich während des Kopfbaus meines, so Leute, wenn ich Kopf baue, ich werde nicht auf alle Fragen eingehen können, haut die einfach in die Sticker rein und wenn wir den Kopf durch sind, gehe ich dann die ganzen Sticker-Fragen durch. Ah ja, cool. Da wird es auch mal eine Stunde. Okay, krass. Genau. Voll gut. Ja, aber falls ihr TikTok habt und da auch gerne ein bisschen Shisha-Content sehen wollt, vor allem halt nicht nur irgendwie einen Repost, sondern uniken Shisha-Content, dann schaut da gerne mal vorbei. Du hast noch, glaube ich, deinen Namen gar nicht gesagt. Hast du auch directly Shisha-Germany wie auf Instagram? Yes. Genau. Aber wir machen jetzt auch mal Werbung in deiner eigenen Sache. Ja, zum Teil. Zum Teil? Ja. Ja, also es ist halt, ja, so, ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Weil es gibt ein neues Projekt, was ich zusammen mit den Discord-Jungs umgesetzt habe. Da muss ich fairerweise sagen, eigentlich haben das größte Teil als die Discord-Jungs umgesetzt. Ich hätte da nicht die Zeit für gehabt, aber ich fand die Idee super cool und die Jungs waren da direkt dabei und dann haben wir das zusammen gemacht und zwar gibt es jetzt den SWG-Berater. Das heißt, ihr könnt auf berater.shisha-wg.de gehen. Keine Bindestriche oder sonst was bei Shisha-WG. Einfach berater.shisha-wg.de und da kommen dann, also es ist ein Berater, um eine Pfeife zu finden, die zu einem passt. Da kommt nicht, oder fangen wir anders an, da seht ihr dann verschiedene Felder. Zum Beispiel gibt es das Feld Durchzug, wo ihr eingeben könnt, ob ihr einen krassen Durchzug haben wollt, also sehr leichtgängig, oder einen etwas schwergängigen. Und dann könnt ihr noch einstellen, ich will eine große Pfeife, ich will eine Pfeife mit einem Anschluss oder mit mehreren Anschlüssen, ich will einen Diffusor haben und ich habe so und so Budget. Also kannst du dann so um so einen Regler einstellen und sagen, okay, ich habe zwischen 100 und 250 Euro. Dann kannst du noch die anderen Felder alle anklicken und dann kannst du da eben irgendwann auf Suchen klicken und dann kommen Vorschläge. Da muss ich aber dazu sagen, weil mir manche Leute, nachdem ich es in der Insta-Story haben, geschrieben haben, ja, funktioniert nicht. Und dann haben die, weiß ich nicht, große Pfeife oder kleine Pfeife mit vier Anschlüssen und weiß ich, irgendwelche Kombis halt genommen, die halt nicht so oft vertreten sind. Und in diesem Berater sind nur Pfeifen, die ich kenne. Da sind nicht irgendwie einfach alle Pfeifen drin, die es gibt. Da sind Pfeifen drin, die ich kenne. Das ist nicht ein Shisha-Berater, das ist der Shisha-WG-Berater. Also von den Sachen, die ich getestet oder probiert habe, einfach eine Auflistung, was es in den verschiedenen Kategorien gibt, nach denen du eben suchen kannst. Und jetzt kommen wir zum Werbung-Part. Wenn ich einen Code habe, dann steht er da dabei. Ob du den benutzt oder nicht, ich würde mich natürlich freuen. Meistens kriegt man was kostenlos dazu oder noch einen kleinen Rabatt und ich kriege eine kleine Provision ab, wenn man sich da was kauft. Also ist auch gar nicht null, also ist nicht nicht eigensinnig. Also es hat schon einen Vorteil für mich. Achso, natürlich. So wollte ich sagen. Also ich freue mich da natürlich immer, wenn da jemand über die Codes einkauft, weil das halt wirklich ein Mega-Support ist. Es kostet nicht mehr. Im Gegenteil, ihr habt den Vorteil, ich habe den Vorteil und der Shop hat hoffentlich auch den Vorteil, dass ihr halt dann bei dem eingekauft habt, statt bei jemand anderem, wo es keinen SWG-Code gibt. Und von daher sind alle happy und das ist halt eine Mega-Einnahmequelle und da auch ein dickes Dankeschön an jeden, der die Codes wirklich benutzt. Und die stehen da nebenbei und wenn ich schon ein komplettes Video zu der Pfeife habe, ist das auch noch direkt verlinkt. Das heißt, du kannst dich irgendwie durchklicken, kommst dann bei der Breeze raus, kannst dann das Video angucken, um dich noch weiter über die Breeze zu informieren. Dann hast du noch den Link auf die Webseite und es steht sogar noch der Code dabei. Also wenn da zum Beispiel auch Freunde von euch, wenn die eine Pfeife suchen, könnt ihr denen einfach mal den Link rüberschicken, dann können die sich da ein bisschen durchklicken. Weil ich habe das Ganze gemacht aus einer simplen Idee raus. Die Grundidee hinter allem, was ich tue, ist ja, Shisha-Sachen zu testen, um Shisha-Sachen zu empfehlen und allgemein für Leute das Rauchen nicht unbedingt zugänglicher zu machen, aber wenn sie sich dazu entscheiden zu rauchen, dass sie besser einsteigen, mehr Ahnung von der Materie haben und allgemein, wo alles am Ende drauf hinausläuft, eine geilere Experience haben, wenn sie eine Pfeife rauchen. Das ist die Grundidee hinter allem, was ich tue. Das ist die Motivation von der Sache und daraus entstanden ist dann natürlich, ich habe oft die Fragen bekommen, soll ich mir eine VUCA holen oder eine Aeon Edition 4 Premium? Und dann stehst du halt als Shisha-Blogger da und denkst dir so, naja, das ist wie, als würde ich dich fragen, was soll ich mir denn kaufen? Eine Formel 1-Wagen oder ein Ford Pickup-Truck? So, naja, was brauchst du denn? Und ich kenne es vom Vapen, ich gehe auch in den Laden und sage mal, was ist denn das beste Liquid? Oder was ist denn das beste Mango-Liquid? Naja, gibt es nicht. Wie beim Shisha-Rauchen halt auch. Das Beste ist Geschmackssache, von daher kann ich nicht einfach sagen, nimm das, das ist das Beste für alle. Funktioniert einfach nicht. Da hat jeder halt so seine Vorlieben. Und deswegen der Shisha-BG-Berater, damit Leute vielleicht wenigstens schon mal eine grobe Vorstellung haben. Ich meine, wenn du nach einer kleinen Pfeife mit einem Anschluss suchst, dann kommen da natürlich auch viele. Dann kommt die Breeze, die KF-S, dann kommt die Penta, die Versa, die Pro-X-Mini kommt. Da kommen einige Pfeifen. Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen feintunen, aber dann findest du vielleicht schon mal so ein bisschen eine Richtung. Und ganz ehrlich, wenn das so eine Wahl wäre zwischen Penta, Breeze und Kaif, ganz ehrlich, du könntest sogar eine Münze werfen und du wärst wahrscheinlich mit jeder von den drei zufrieden. Ja, safe. Und das ist halt so ein bisschen die Grundidee. Wenn jemand eine Pfeife raucht, wenn jemand eine Pfeife sucht, den an die Hand nehmen, und ein bisschen näher ans Ziel zumindest führen. Vielleicht kommt er nicht komplett ans Ziel, aber er weiß schon mal mehr, in welche Richtung es gehen soll am Ende. Genau. Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Als du mir das gezeigt hast, war ich auch echt baff von den ganzen Einstellungsmöglichkeiten und du hast mir auch so ein bisschen die Datenbank hinten dran gezeigt. Das ist schon sehr, sehr krass. Wir arbeiten im Hintergrund dauerhaft an neuen Featuren. Also das wird bei weitem nicht so bleiben. Da werden A, Pfeifen dazukommen. Wir haben noch nicht alle drinnen, die ich mal geraucht habe. Wir wollen das noch erweitern auf Köpfe, dass es auch noch einen Kopfberater gibt und noch viele weitere Feature, die die ganze Experience vom Berater noch geiler machen. Also da wird noch einiges kommen. Da sind wir dran am Arbeiten. Ich mehr so, ich sag mal so, ich bin der Product Owner und dann habe ich die Jungs, die da viel dran arbeiten. Dickes Danke geht da raus an den Reinhold, der da den Großteil der Arbeit stemmt, was das Programmieren und sowas angeht. Super krass. Ja. Was auch super krass ist, ist, dass wir beide fast alle unsere Schläuche weggeworfen haben. Ja, das stimmt. Bei mir war es ja schon vor zwei Wochen soweit. Ja. Und zwar war es bei mir einfach so, ich habe zu Hause halt so einen Schlauchhalter bei mir im Shisha-Zimmer. Da hingen, lass mich nicht lügen, so zwischen 70, 80 Schläuchen rum. Also es waren am Ende auf jeden Fall zwei große Müllsäcke. Ja. Und ich habe eigentlich schon super lange die Idee gehabt, weil bei mir ist es... Ich muss ganz kurz dazwischengrätschen. Bevor jemand auf die Idee kommt, uns zu schreiben, kann ich die haben. Wir werden mit absoluter Sicherheit keine gebrauchten, alten, verranste Schläuche wegschicken, vor allem während der Corona-Pandemie, Leute. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen. Ja, ich hätte die genommen. Digga, ich schicke doch keinen gebrauchten, gerauchten, alten Schlauch, während wir eine weltweite Pandemie haben, an irgendwelche Leute raus. Also A, willst du die sicher nicht haben, die ich weggeschmissen habe. Und B, Corona, Digga. Also klar, halbwertsteil, blablabla, wer weiß, aber sicher ist sicher. Und Schlauch ist in den meisten Sets, aber egal, nee, machen wir nicht. Auf jeden Fall, bei mir ist es eigentlich mittlerweile eh so, weil früher, also ich muss anders ausholen, früher habe ich es so gemacht, ich hatte für jede Pfeife einen Schlauch. Also ich hatte den Schlauchanschluss von der Pfeife am Schlauch dran mit einem passenden Mundstück und habe dann einfach den Schlauch für die Pfeife rausgesucht, wenn ich die gerade geraucht habe. Ich habe das dann irgendwann umgeworfen, weil es mir zu dumm war, immer den Schlauch durchzuwechseln und für jede Pfeife einen anderen Schlauch zu suchen. Und habe mir dann gedacht, okay, ich habe jetzt ein Mundstück, einen Schlauch und lasse die Schlauchanschlüsse an den Pfeifen dran, dass ich wirklich nur noch den einen Schlauch benutze und dann einfach durchwechsel. So ein Problem bei der Sache ist natürlich, ich habe zu Hause halt noch diese 70, 80 Schläuche hängen und den ganzen Schlauchanschlüsse mit den ganzen Mundstücken, die halt auch zwischen, ich würde mal sagen, so fünf Jahren und zwei Monate alt waren. Also da war eigentlich alles dabei. Und da habe ich jetzt dem lieben Mauma geschrieben gehabt, so wie es aussieht, ob er mir nicht mal ein paar Ien- und Vibro-Schleiche mitbringen kann. Das hat er dann auch die Tage gemacht. Ich glaube vier Ien, vier Vibro, also ich habe glaube ich nochmal jetzt acht Schläuche, acht komplett neue Schläuche bekommen. Habe ich mich dann an einem Abend mal komplett hingestellt und gesagt, okay, wir räumen jetzt mal auf. Habe ich jeden Schlauch einzeln abgehangen, jedes Mundstück abgemacht. Die größte Arbeit war, teilweise diese scheiß Schlauchanschlüsse von Schläuchen abzubekommen, weil ich hatte danach Schwielen an den Händen wie sonst was und teilweise Schläuche aufgeschnitten, dass ich an den Schlauchanschloss gekommen bin. Ich auch, das wollte ich dich gerade fragen. Wie viele musstest du aufschnippeln? Weil ich habe bestimmt vier, fünf Schläuche aufschneiden müssen, weil ich entweder Mundstücke oder Schlauchanschlüsse nicht rausbekommen habe. Mundstücke gingen alle ab. Ich musste zweimal den Schlauchanschluss rausschneiden. Zweimal Shishaya. Krass. Krass. Aber Shishaya ist halt auch wirklich einer der ältesten Pfeifen, die ich zu Hause habe. Der Schlauchanschluss sitzt komplett drinne mit der Feder noch. Ja. Den kriegst du halt so einfach nicht raus. Ja, ist echt so. Und da stand ich dann wirklich den ganzen Abend da, habe erstmal alle weggeworfen. Die Tüten, ich hätte niemals gedacht, dass die Tüten so schwer sein können. Zwei komplette volle Mülltüten und dann die neuen ausgepackt, einmal durchgewaschen. Die lüften jetzt noch aus. Einen habe ich mir zu Hause hingepackt. Einen für meine Freundin noch. Und die ganzen Mundstücke habe ich dann in eine Kiste gepackt und da kann ich immer noch durchwechseln. Aber ich habe eh so, das hier ist so mein To-Go-Mundstück, das Case Rough Mouthpiece. Ist so all over, eigentlich so mein Favorit. Und bin ich auch am häufigsten. Ja, und ich habe das komplett zum Anlass genommen, dass ich das auch mache. Ja. Also ich hatte das auch schon deutlich länger vor, weil ich hatte genau dasselbe Problem wie bei dir. Ich hatte am Anfang für jede Pfeife einen Schlauch. Es wurden immer mehr Pfeifen, es wurden immer mehr Schläuche, es wurde immer mehr auf diesem Schlauchhalter. Und irgendwann hat es mir gereicht. Irgendwann ist es mir auf den Sack gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, kannst du eigentlich nicht mehr bringen. Du musst da irgendwie 15 neue Schläuche hinhängen, die Mundstücke alle ab, die Schlauchadapter alle an der Pfeife und dann muss man sich das halt kurz zusammenbauen, wenn man die rauchen will. Und dann baut man es auch wieder auseinander, macht es sauber und bringt es wieder weg. So, und genau dasselbe habe ich jetzt auch gemacht. Habe alle alten Schläuche weggeschmissen, außer so ein paar besondere. Ich habe diesen einen, den ich eigentlich nur an der Candy Bowl rauche, der so pink, weiß, Camouflage ist, ein paar Tradi-Schläuche und ich glaube, den von der VUCA und so Sachen. Also so ein paar besondere Schläuche habe ich aufgehoben und habe mir dann 15 neue bestellt und die habe ich gestern nach dem Stream dann alle noch ausgepackt und alle noch hingehängt, damit die erstmal durchlüften. Ist ja normal, ne? Diese Silikonschläuche, die haben immer ein bisschen Mock in der Tüte, die musst du dann erstmal ein bisschen aushängen lassen. Ja, und dann haben wir das zum Glück abgehakt. Das war echt ein Heidenarbe bei mir. Safe, safe. Viel mehr als erwartet. Ja, also auch die ganzen, die Mundstücke da sammeln, dann die Schlauchanschlüsse bei den Pfeifen irgendwo suchen. Genau, und dann musst du mit, dann hast du, läufst du mit so 15 Schlauchanschlüssen in der Hand durch dein Büro und suchst die passenden Pfeifen dafür. Und bei den, da war ich, da habe ich mich echt wie ein kleiner Shisha-Profi am Anfang gefühlt. Anna war an dem Tag, das war derselbe Tag, als Anna hier war. Und dann gebe ich die so Anna in die Hand, die hat mir ein bisschen geholfen. Und Anna war so, ja, was ist das? Und ich so, ja, der ist für die, 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 der ist für die und der passt da dran und das ist der. Und da war ich echt so, krass, Digga, aus 100 Schlauchanschlüssen genau den richtigen für die Pfeife raussuchen. Da habe ich so eigentlich gedacht, da könntest du eigentlich ein Video draus machen, weil ich auch dann mit den Schlauchanschlüssen da rumgelaufen bin und dann die Pfeifen dann zugesucht habe. Aber ich muss sagen, ich wusste, glaube ich, auch jede, ich hätte sogar fast einen weggeschmissen. Echt? Das war, das ist der, das ist ein schwarzer POM-Anschluss von der Orden. Ah ja. Und den habe ich am schwarzen Silikonschloch nicht gesehen. Dann lag da schon in der Mülltüte drin, die ist nochmal umgefallen und dann halt beim Einräumen habe ich gesehen, dass der Schlauchanschluss noch da dran steht. Lucky, Digga, lucky. Krass. Habe ich echt Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt beide ausgestattet mit neuen Schläuchen. Yes. Wichtig. So, es kam noch ein neues Köpfchen raus. Genau. Und du hast den auch schon, ne? Ich habe den schon einen und zwar der Shishaya Hyphen Badge Nummer 5 kam raus. Der ist wahrscheinlich auch schon wieder überall ausverkauft. Und ja, also für mich hast, andere Frage, hast du ihn schon getestet? Nee. Hattest du schon einen da? Okay. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Badge 5 war der, den Sargon mit dabei hatte, als wir zusammen in Dubai waren. Das war, glaube ich, Badge 4. Badge 5 kam, wurde nochmal anders gemacht, glaube ich. Ja? Aber der hat doch den schmaleren Hals. Den hat der 4 aber auch. Gut, also dann bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall Badge 5 finde ich momentan den besten Badge. Also, einmal liegt es vielleicht auch daran, welchen Kopf ich bekommen habe, weil die Klausur von dem Kopf ist einfach wunderschön. also fast bis nach unten zum zum Nöppel. Nöppel? Ja, wo du halt auf den, auf Silikondichtung draufsteckst. Das Ende vom Stem. Das Ende vom Stem. Nöppel? Ja, ist doch okay. Na Alex, wie geht's deinem Nöppel? Ansonsten, ähm, habt ihr gar keine, also, Erfahrungswerte, ich hab mit Sagon dazu auch geschrieben, äh, gab's noch gar keine Beschwerden, was die, ähm, von Dichtungsgrößen anging, da hatten ja davor schon ein paar Probleme, dass der nicht gepasst hat. Hab ich sehr viele Insta-Fragen zu, hab ich mir jetzt tatsächlich eine Standardantwort auf Insta extra zugeschrieben, ja. Da gibt's gar keine Probleme anscheinend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar keine Probleme gibt, weil, es gibt keine perfekte Lösung für dieses Problem. Du kennst russische Pfeifen, wie zum Beispiel eine Union, die einen Schlauchanschluss hätte, als ob das ein Endrohr von einem Auto wäre. Ja, ist doch so. Die Anschlüsse, also die Kopfanschlüsse von der Union sind zum Beispiel gigantisch und dann hast du deutsche Pfeifen, wo die Kopfanschlüsse so mickrig sind, dass da fast gar nichts drauf passt. Ja, aber im Vergleich zu Bad 3 zum Beispiel, da gab's ja ein Riesenproblem, dass die viel zu groß waren teilweise und der einfach nicht drauf gepasst hat. Und im Vergleich dazu gab's noch keine Beschwerden, was das angeht. Aber ich weiß, du hättest dann jemand eine Union, hätte er wahrscheinlich gesagt, hey, passt doch perfekt. Und der Nächste, der das auf eine, weiß ich nicht, Breeze zum Beispiel setzen will, der sagt, Digga, das passt gar nicht. Also, es gibt leider einfach keine Norm für Kopfadapter, es gibt keine Norm für Dichtung und es gibt auch keine Norm für die Öffnung unten am Stamp vom Kopf, wo er auf die Dichtung kommt. Ja. Und von daher wirst du immer Pfeifen finden, wo dein Kopf nicht so gut passt und Pfeifen finden, wo dein Kopf hervorragend passt. Also im Vergleich auf jeden Fall zu vorigen Badges wurden Probleme so weitestgehend ausgemerzt, würde ich es so beschreiben. Ja. Und Funnelloch war die letzten Badges auch gar kein Problem, soweit ich das im Kopf hab. Dieses Mal auch wunderbar. Depot, passt super. Und ja, Hyphen allgemein eben immer noch mein Favorit, was Köpfe angeht. Ich glaube, ich brauche im Moment sogar ein kleines bisschen mehr Wandenberg. Aber ich mag sowohl, ich würde sagen, meine Top 3 Köpfe im Moment sind Wandenberg, Hyphen und Stone Fastball. Ich würde momentan sogar eher auf den Touren gehen, muss ich ehrlich sagen. Den Touren finde ich auch geil, den, ja, ja, aber ich habe noch andere Touren unter der Halt zu Hause. Ah, okay. Also meinst du nicht den Touren Shades? Den Touren Shades und Luxem laufen bei mir sehr, sehr häufig. Okay. Luxem hat ein bisschen weniger Verbrauch als der Touren. Genau, weil deswegen hätte ich jetzt den Shades Touren nicht mit reingezählt. Von der Performance her übertrieben geil. Da wäre der auch sehr weit oben im Handelst und ich rauche den auch sehr, sehr gerne. Ich habe ihn ja gerade an. Aber ich hätte ihn jetzt nicht mit reingenommen wegen dem mir zu hohen Tabakverbrauch. Also in den müssen schon 4 bis 27 Gramm Tabak rein und ich bin halt wie gesagt lieber bei den 18 bis 22 Gramm. Ja, aber ansonsten Batch 5 wahrscheinlich schon wieder komplett ausverkauft. Vielleicht noch offline in ein, zwei Filialen habt ihr vielleicht die Möglichkeit, aber ansonsten Top, sagst du. Also einen guten Kopf noch ein bisschen verbessert. Genau. Wunderbar. So soll das sein. Und so soll das auch im Shisha-Cast sein. Wir hoffen, wir haben uns auch wieder ein kleines bisschen verbessert im Vergleich zum letzten Cast. Das war tatsächlich unser letztes Thema. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder in der Folge 26, wenn wir von unserer wunderschönen Berlin-Reise berichten können. Mal gucken, wie viel Runden TFT wir ein bisschen im Blaze-Mobil schaffen. Geschafft haben. Ja. Also, Jungs und Mädels, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie schon vorher gesagt, wenn ihr da wieder Feedback habt, schreibt uns das sehr, sehr gerne auf Insta. Entweder auf dem offiziellen Shisha-Cast-Account at Shisha-Cast auf Directly Shisha Germany oder bei mir Marvin Dutine geschrieben. Das weiß ich auch nicht, wie ich das sagen soll. Eigentlich wäre es ja Dutine. Aber wenn ich das jetzt sage, dann weiß keiner, was der jetzt eingeben soll. Naja, also schreibt uns sehr, sehr gerne Feedback, wenn ihr welches habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sayonara.